Bei uns in Regensburg ist jetzt auch die Sommerhitze angekommen, aber wir setzen uns natürlich hier trotzdem ins stickige Studio, um für euch weiter Folgenbesprechungen zu machen. Ich wünsche, das wäre so kühl wie in The Boys in dieser Folge. Oder draußen. Ich würde auch draußen aufnehmen, das wäre auch lustig. Ja, das wäre auf jeden Fall ein schönere Setting. Aber ich habe es, also letztes Jahr war es um die Jahreszeit, als es so heiß war, war es hier drin schlimmer. Ja, das stimmt. Vielleicht funktioniert die Klimaanlage ja mal. Aber wir machen weiter mit der dritten Folge der vierten Staffel von The Boys, unseren Folgenbesprechungen dazu. David, was sollte man beachten? Ganz genau. Wir spoilern natürlich sowohl alles, was man von The Boys kennt, als auch Gen V. Wobei Gen V bis jetzt noch keine so große Rolle gespielt hat. Wir analysieren die Folgen wirklich bis ins kleinste Detail durch. Zu dem Zweck haben wir uns die wieder aufgeteilt. Den ersten Teil macht heute der Felix, den zweiten Teil macht der Daniel und den dritten Teil mache ich, der David. Insgesamt gilt, dass wir am Ende dann nochmal ein kleines Fazit machen und am Ende nochmal unsere Meinung dazugeben. Wobei ich glaube, dass auch im Laufe der Folgenbesprechungen immer schon mal ganz gut unser Meinungsbild durchschaut. Das ist jetzt unsere dritte Folgenbesprechung. Die vierte kriegt ihr auch noch innerhalb der nächsten Tage. Ab dem Punkt werden wir einfach regelmäßig, wöchentlich, wahrscheinlich immer Anfang der Woche zu der Folge die Besprechung rausbringen, die eben am Donnerstag davor rausgekommen ist. Ja, und wir sind Your Watchlist. Ganz kurz sagen, wir sind ein Filmkollektiv, wir reden über alles, was mit Filmen zu tun haben. Wir drei hatten Lust, über The Boys zu sprechen, aber dadurch, dass wir eigentlich eine relativ große Gruppe sind, wo jeder mal zu Wort kommt, gibt's für jeden auch Themen. Also, wenn ihr euch hierher verirrt habt, aber eigentlich gar nichts mit The Boys zu tun habt, findet ihr auch ganz viele Podcasts zu den unterschiedlichsten Themen jeder Art bei uns, sowohl auf YouTube als auch auf Spotify. also gerne da mal reinhören. Aber dann können wir gleich in die Folge starten, denke ich. Ja, hab schon wieder was zum Titel. Also, im Deutschen heißt es Wort on Ice, weil es ja auch unter anderem um dieses Event geht. Wort on Ice, so eine Singspielparade, Eiskunstlauf. Singspielparade ist ein sehr schönes Wort. Im Englischen ist der Titel ganz anders. Da heißt es, we'll keep the red flag flying here. Mhm. Und, äh, ich hab natürlich ein bisschen versucht, darüber zu informieren, was das bedeutet. Das ist, äh, der Name eines Liedes, und zwar, ähm, so ein Sozialistenlied, das von der britischen Arbeiterpartei gesungen wurde. Mhm. Und halt auch generell in, so, Arbeiterparteien oder Gruppen, auch in anderen Ländern dann übernommen wurde. Können wir dann noch drüber reden, ob das denn irgendwie, warum das jetzt gerade in dieser Folge ist. Ein Hinweis noch dazu, es hat die Melodie, also die grundlegende Melodie für dieses Lied ist Oh, Tannenbaum. Echt? Ja. Und vielleicht auch deswegen diese Weihnachtsthematik auf eine gewisse Weise und halt die Polizisierung von Weihnachten oder sowas kann man, äh, vielleicht darüber reden. Aber, ja, fand ich wild. Aber das Lied kommt nicht vor in der Folge. Das Lied kommt nicht vor in der Folge. Okay. Sehr gerne. Kannst du doch singen. Lieber nicht. Ähm, The people's flag is deepest red, it shrouded of our murdered dead, and ere their limbs grew stiff and cold, their hearts blood died, its every fold. Und dann der Chorus, der immer wieder kommt, ist, Then raised the scarlet standard high, beneath its shade we'll live and die. Though coward flinch and traitors near, we'll keep the red flag flying here. Okay. Ja, also ich sehe auf jeden Fall ein bisschen den Bezug zur Folge. Ja. Aber ich denke, da sprechen wir noch mal drauf. Da sprechen wir noch mal drauf. Genau. So viel zum Titel. Der Direktor dieser Folge, ähm, ist auch eigentlich, hat schon einiges auf seiner, auf seiner To-Do-Liste, äh, auf seiner Filmliste. Scheiße. Ähm, er hat unter anderem eine Folge in der Miniserie Watchmen gemacht. Oh. Die, eine der besten Miniserien ist, die es gibt, wie ich finde. Hat auch vier Folgen in Shogun gemacht. Auch schon mehrere Folgen in The Boys. Jeweils so eine pro Staffel ungefähr. Und auch schon in Walking Dead. Also der war schon sehr beschäftigt. Frederick Toy, Toye heißt er. Genau. Das sind ja eigentlich sehr gute Referenzen. Sehr gute Referenzen, ja. Also Shogun soll super sein und Watchmen fand ich wirklich fantastisch. Also wenn ihr Boys mögt, dann mögt ihr bestimmt auch die Watchmen-Serie. Weil das, wenn auch nicht so satirisch geht, das in eine sehr ähnliche Richtung mit düsteren Superheld. Ja, und politisch und aufgeladen. Genau. IMDb-Wertung derzeit 7,7. Mhm. Also ein bisschen besser als die zweite und ein bisschen schlechter als die erste. Genau, so ein Mittelding. Okay. Ja. Und dann starten wir auch schon mit der ersten Szene. Ich hab sie genannt, Propaganda is beautiful. Passend dazu beginnt es nämlich wieder mit einem Song. Wir machen hier keinen Musik-Podcast, aber sorry. So ist The Boys zurzeit. Und zwar mit Oh Beautiful heißt das Lied, das so einen hymnenhaften Charakter hat. Das wurde auch eine Zeit lang überlegt, ob das so die amerikanische, nicht, ja, Anthem-Nationalhymne werden soll und sowas. Das merkt man auch sehr stark. Da ist eben auch der Text sehr, ja, patriotisch aufgeladen. So ein paar Highlights natürlich. God shed his grace on thee. Also an Amerika. Ja. Und auch eine Zeile ist Oh Beautiful for Heroes Proved in Liberty's Strive. Oh, okay. Also. Passt sehr gut. Genau. Ja. Ich hab auch diesen Song gegoogelt und bin schon bei der ersten Szene viel zu tief rein, weil ich hab gefunden, der Text ist von 1895. Hast du auch? Ja. Und es gibt verschiedene Versionen online und da hab ich mich so ein bisschen durchgeklickt und das ist eigentlich ganz witzig, weil es gibt das Gesungen von Post Malone oder von Beyoncé, aber auch ältere Sachen von Mariah Carey und von H.E.R. und das ist mega lustig, irgendwie sich dann die verschiedenen Versionen anzuhören und dann die Version, die hier läuft, mit diesem Knabenchor. Ja. Nee, also auf jeden Fall ein sehr patriotisches Lied, gleich zum Einstieg. Humländer schaut unter, also du hast es gerade schon angesprochen, Knabenchor singt dieses Stück und währenddessen schaut Humländer genervt. Und wir haben wieder diesen Soundeffekt, der immer so kommt, wenn man merkt, der langsam dreht er wieder durch, er zoned so ein bisschen out. Dann sehen wir eine ganz coole Totale, von einem Hubschrauber auf den Platz, überall hängen so Wortaufschriften und Plakate. Für mich hat das so erschienen, als wären wir so vor dem Wort Tower vielleicht irgendwie. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Oder zumindest in einem Bereich, wo halt viele Wortunternehmen zusammenhängen, da sind. Genau, wir haben wieder die Plakate, die wir schon kennen. Ein neues ist mir aufgefallen, Homelander is a fascist bei den Starlightern. Ansonsten halt wieder sowas wie Starlight is for women und Stay strong und sowas. Die sind nämlich auch da, die Starlighter. Da bilden sich wieder zwei Gruppen. Und dann bedankt sich Homelander bei dem Samaritan Embrace Boy Choir. Ja. Und lobt den Chor. Und dann hält er eine kurze politische Rede, indem er Starlight als die größte Gefahr in Amerikas Geschichte bezeichnet. Also nicht 9-11, Hitler, Russland oder sowas. Sondern Starlight. Sondern Starlight, natürlich. Und er sagt ja sogar die Starlighter. Und er zeigt so auf die. Ich find's witzig, wie die so in ihrer eigenen kleinen Ecke sind auf diesem Platz. Ja. So abgegrenzt, unten links. Ja, im Wunder, dass die überhaupt da dabei sein dürfen. Und die Menge, also die Homelander, Home-Teamer, die jubeln ihm zu. Einer ruft sogar String her up und er bejubelt den auch noch und sagt, der macht's sehr richtig. Ich find String her up ist auch vielleicht ein bisschen ein aufgeladener Begriff, so wenn man auf die Vergangenheit mit irgendwie Erhängungen von dunkleutigen Leuten oder sowas anschaut in der Vergangenheit. Bestimmt nicht zufällig gewählt. Ja, genau. Und die Starlighter werden wieder als Non-Binary, Socialist und Godless bezeichnet. Ich find Religion taucht hier in verschiedensten Aspekten in der ganzen Folge auf. Ist sehr präsent, ja. Also auch dieser Chor ist ja allein schon halt etwas Kirchliches, dass hier auch noch Samariter da irgendwie drin steckt. Aber dann sagt er, er holt jetzt die Beschützer der echten Amerikaner, Real Americans, auf die Bühne, was ich auch schon sehr interessant fand, dass man natürlich, macht man sich eine Tür auf, hey, wir beschützen die einen und die anderen aber nicht. Da haben wir ja, ne? Können wir unterscheiden. Und dort werden eben die altbekannten sieben, also Black Noir, The Deep und A-Train auf die Bühne geholt. Und aber auch zwei neue Mitglieder, und zwar Firecracker und Sister Sage. Ja, die sind jetzt auch dabei und ich find's sehr schön, dass es so schnell ging, dass sie auch dabei sind. Also ich hätte jetzt kein ewiges Vorgeplänkel mehr gebraucht, weil wir haben ja in der letzten Folge verstanden, Firecracker wird jetzt Teil der Seven, weil das zu Sages Plan gehört. Und wir haben ja auch schon gehört, Homelander hätte gerne, dass Sage Teil der Seven ist, auch wenn sie das nicht will. Und jetzt ist es halt einfach so und es gibt ja später noch ein paar Szenen, wo das nochmal aufgearbeitet wird. Das heißt, es wird nicht zu sehr einfach reingeklatscht, sondern schon auch irgendwie kontextualisiert. Aber trotzdem haben wir nicht eine ewige Hinführung. Also ich fand das sehr cool, dass es direkt damit losging. Ja. Ich hätte andere Leute natürlich cooler gefunden, aber... Klar. Aber da wird sie ja einen Plan dahinter haben. Ja. Also zumindest bei einem Teil. Ja, kurz genau zu den Figuren, wie sie auf die Bühne kommen. Black Noir übertreibt natürlich wieder ein bisschen. Und dann so Slow Down. Das ist ja wieder so ein doofer Job. Ist auch lustig, dass A-Trend natürlich das sagt. Ja, stimmt. Slow Down. Und Firecracker liebt natürlich die Aufmerksamkeit. Sie ist das ja gewohnt, merkt man Körpersprache. Sie jubelt. Sister Sage schaut ein bisschen edgy in die Menge. Sie macht den Professor X-Move. Ja. Wo sie sich so ein bisschen an den Kopf fasst. Oder den hier oder so. Es ist so sehr dieser klassische... Das Nachdenken. Dieses Nachdenken. Und was auch Professor X immer macht, wenn er in den Comics seine Kräfte benutzt. Ja. Die mag das auch gar nicht. Ein Spot bleibt damit noch offen. Ja. Und das spricht auch Homelander an, dass das vielleicht Ryan wird. Ja. Mal schauen. Habt ihr Theorien, wer die siebte Person in den Seven werden könnte? Also mein erster Gedanke, also vor allem mit dem, was noch in der Folge passiert war, vielleicht Newman. Aber ich kann es mir nicht realistisch vorstellen. Ja. Aber es ist ja so eine Person, die wir kennen. Und dann halt nur so ein paar, die jetzt schon angeteasert wurden, dass die noch in dieser Staffel vorkommen sollen. Also es gab halt jetzt schon drei oder vier Easter Eggs auf Webweaver. Genau. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der da nochmal eine Rolle spielen könnte. Aber wer weiß. Ich glaube auch, es ist jetzt nicht gerade so, dass ich das Gefühl habe, es gibt die eine Figur, die noch Teil der Seven werden muss in dieser Staffel. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der siebte Posten erstmal noch frei bleibt eine Zeit lang. Das habe ich nämlich auch gedacht eigentlich, dass Daniels wirklich offen hält, bis Ryan den halt irgendwie nimmt. Ja. Und wir hatten ja am Anfang, die Teore kommt vielleicht nicht, doch Kate und Sam aus Gen V. Das stimmt. Dass die da irgendwie eine größere Rolle spielen, aber mal schauen. Ja, Humländer ist surprisingly ruhig eigentlich dann noch in der Szene und relativ gut aufgelegt noch. Und wir hören ihn eben über Ryan reden und dann fahren wir da so ein bisschen heraus, mal wieder dieses Klassische aus dem Bildschirm hinausfahren und sehen dann Butcher, wie er mit Joe Kessler redet. Und sie reden nämlich auch über Ryan. Und Joe Kessler gibt ihm ein Pulverchen, mit dem er zehn Elefanten lahmlegen könnte. Und sie reden so ein bisschen über den Plan, Ryan, ich sag mal, aus dem Verkehr zu ziehen. So ganz genau, was sie mit ihm vorhaben. War mir nicht ganz klar. Sie wollen ihn zu dem Hazel-Let's-Safe-House von Mallory Grace schaffen. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesehen tatsächlich in einer der vergangenen Staffeln. Das ist eine Zeit lang her. Und Kessler fragt eben, was passiert, wenn Ryan nicht auf Butcher hört. Und ich habe mich dann gefragt, also sie wollen irgendwie ihn entführen und dann wollen sie aber mit Ryan reden. Ja, also der Plan ist mir noch nicht so aufgegangen von Joe Kessler. Bisschen holprig. Ja, es ist ja so ein, wir holen uns den auf unsere Seite. Genau, aber sie wollen ihn dafür ja entführen. Ja. Also zumindest mit Ausnock-Pulver erstmal K.O. machen und irgendwo in ein Haus sperren und dann ihnen zu sagen, hey, wir wollen mit dir reden, dass du auf unsere Seite kommst, macht ein bisschen wenig Sinn. Ich finde, wir brauchen einfach so ein bisschen diesen Joe Kessler-Ansatz hier, um Butcher ein bisschen seine Werte hinterfragen lassen zu können. Also ich glaube, das ist einfach ein sehr extremer Plan, um eben später diese Ryan-Butcher-Szenen gut einfügen zu können und das, was dann noch passiert, gut einfügen zu können. Ja. Und Butcher will eben im Kontrast dazu sicherstellen, dass Ryan nicht benutzt wird, um gegen Homelander zu kämpfen. Und dann blenden wir wieder zurück in die Szene auf dem großen Platz und Homelander sagt ganz, ganz freundlich zu Ryan, smile right now. und Ryan schafft es auch zu lächeln. Ich hatte auch ein bisschen Angst um den armen Jungen. Er ist lang schon sehr harsch, denn er ist auch auf der Bühne. Er ist gerade dazu gekommen. Aber sein Lächeln jetzt wirkt deutlich echter als noch das Schauspiel in der letzten Folge, was wir gesehen haben. Ja, das stimmt. Vielleicht hat er schon ein bisschen dazugelernt. Ein paar extra Stunden bekommen. Genau. Stand vor dem Spiegel. So wie Homelander dann später. Und dann schon nach vier Minuten dieses Mal, nicht erst nach zehn, haben wir die Titel-Einblendung. David, wie fandest du sie? Genial. Weil in dem O ist der Kopf von Ryan drin. Das ist so cool, weil das genau so den Fokus auf ihn setzt. Und weil es farblich halt wieder super passt mit diesem weißen Schriftzug zu den weiß-blau-roten Home-Teamern, die im Hintergrund stehen. Also fand ich sehr, sehr gut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dieses weiß-blau-rot ist auch so ein bisschen die Farbe von der Boys. Ganz genau, ja. Deswegen. Es hat sehr gut gepasst. Also zu der Sequenz noch ein, zwei Sachen. Zum einen, ich fand die Rede von Homelander am Anfang ein bisschen drüber. Also ich fand die ein bisschen zu plakativ und zu sehr wir und die und dann dieser frenetische Jubel von allen und so. Das Schlimmste, was Amerika und mir jemals passiert ist. Also das, es geht schon sehr in die Seite, dass man zwei politische Parteien darstellt, die beide absolute Extremformen sind. Ja. Aber okay, das kann man dann akzeptieren. Ich mochte diese Anlehnung an eine Szene, die wir in der ersten Folge als Flashback nochmal gesehen haben. Nämlich diese Traumsequenz von Homelander, wo er diese Menge wegrasiert. Und ganz am Anfang, wo du auch sagst, wo man diese komischen Sounds hört oder so, da denkt man kurz, könnte das jetzt passieren? Könnte es jetzt passieren, dass die Szene kommt, wo er die Leute so alle weghaut mit seinem Laserblick? Das war ein schönes Detail und allgemein mochte ich in der ersten halben Minute oder so dieses Sounddesign total gerne. Weil wir haben den Blackscreen und dann hören wir den Gesang von dem Jungen, der übrigens auch in Shazam mitgespielt hat. Und dann sehen wir das Bild von ihm und dann wird diese Hintergrundgeräusche werden immer lauter, immer lauter, immer lauter, immer mehr Geschrei, immer mehr Jubel und Hass und so weiter. Und dann kommt der Zoom auf Homelander und dann hören wir seine Geräusche, die ihn so fertig machen so ein bisschen. Und das ist so ein schöner Bild ab. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, das war sehr geschickt. Ich fand auch, war eine ganz gute Einstiegsszene. Und man sieht einfach den Scale von der Serie wieder. Also so ein großes Setpiece. Mit diesen drei Gebäuden, die das so einrahmen und dann diesem riesen Platz. Und auch die Leute, die da wirklich stehen. Dass das so viele Leute sind. Der muss ja auch erstmal da, ich meine, vermutlich auch mit CGI mittlerweile möglich, dass du die so einzeln filmst und hinstellst. Ja, aber trotzdem auch, wie viele unterschiedliche Plakate man dann da wieder sieht und das wirkt richtig lebendig. Natürlich ein bisschen, es gibt nur noch diese zwei Seiten und es wird sehr darauf verdichtet, aber ja. Es gab in der Menge von den Homelander-Fans. Einen, einen Homelander-Fan, der ist genau in der Mitte vom Bild und der hat einen strahlend weißen Pullover an. Da steht irgendwie drauf, ähm, ich glaub, Blacks Support Homelander oder so. Mhm. Und mich hat das total irritiert, weil eigentlich ist es so eine Art, wie du eine Figur in einer Menge darstellst, wenn deine Hauptfigur in einer Menge steht. Ja. Weil da gibt's ja so ein paar verschiedene Stilmittel, gerade wenn's um Belichtung geht oder wenn's um Farben in der Kleidung geht oder so, wie du eben eine Figur da rausstechen lässt. Und der sticht total raus und er ist auch der Einzige in der Menge, der nicht jubelt. Der steht einfach nur da und guckt. Und dann kommt eben, äh, der, der Cut auf Butcher und Ryan und dann kommt die Titel-Einblendung. Aber ich hab gedacht, ist das einfach Zufall und wahrscheinlich ist es einfach Zufall oder ist es eine Figur, die vielleicht nochmal eine Rolle spielen könnte? Kommt ja nochmal. Es könnte sein. Muss ich mir echt nochmal anschauen, ja. Achte mal darauf. Also es ist jetzt nicht so, dass man's sehen muss, aber gerade wenn man sich die Serie so detailliert anguckt, wie wir's ja machen, ist es mir sehr ins Gesicht gesprungen irgendwie. Aber keine Ahnung. Vielleicht hat's auch gar nichts zu bedeuten, ich überinterpretiere wieder. Das mach ich ja gerne hier. Ja. Aber das, das hab ich mir vorstellen können, dass das nochmal eine Rolle spielen könnte. Genau. Aber ansonsten schöner, überraschend kurzer Einstieg irgendwie. Dann geht's gleich weiter mit Homeland und seiner Crew und zwar in der zweiten Szene. Ich hab sie genannt, keiner mag Fotoshootings außer der Dieb. Und zwar sieht man Black Noir, A-Train und The Dieb posen eben für neue Fotos. Firecracker hält unterdessen eine Rede. In der sie sagt, dass Vakzins, also Impfungen, Autismus verursachen. Und das passt natürlich voll auch zu dieser ganzen Corona-Thematik, die wir in den letzten Jahren hatten. Aber nicht den coolen Rain-Man-Autismus, sagt sie dazu. Und Rain-Man ist ja ein Film mit Tom Cruise und Dustin Hoffman, wo Dustin Hoffman eine autistische Figur spielt und der kann so coole Sachen. Deswegen fand ich auch wieder schöne intertextuelle Parallele zu anderen Filmen, die gezogen wird. Ich fand, es nervt mich wirklich, wie sie redet. Und dieses, so ein Overacting-mäßige, dieser Slang, den sie drauf hat. Also das ist natürlich, so soll ihre Figur sein und es ist ja auch vor allem, wenn sie vor der Kamera ist, so extrem. Wenn sie mit Starlight später redet, ist es nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so krass. Deswegen, es ist erklärbar, aber es ist ganz echt anstrengend. Homelander sagt ja dann auch, als wäre sie zu oft vom Jetski gefallen. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht. Stimmt wahrscheinlich auch. Ja, ich finde auch, da wird es ein bisschen überstrapaziert, weil wir haben ja die ganze Zeit über, auch während dem Gespräch mit Sage, was gleich noch kommt und so, haben wir dieses Gerede im Hintergrund, wo sie irgend so ein scheiß Verschwörungstheorienzeug labert und das soll ja nerven, klar, aber ich bin echt auch ein bisschen an meine Grenzen gekommen. Ich finde es auch irgendwie zu viel, dass sie das erste Mal so als eine von den Seven auftritt und da direkt wieder ihr Zeug verteilt. Ja, soll natürlich auch ein bisschen zeigen, sie ist jetzt dafür da, Werbung zu machen. Es gibt übrigens auch, auch vor einem Tag erschienen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, also nach der, erst kürzlich, ein Truthcon Recap von Firecracker. Ah, okay. Also das wird halt früher so ein bisschen gepusht. Auf Social Media dann was? Auf, auf World International, dem YouTube Channel. Ah, okay, okay. Genau. Sister Sage ist so ein bisschen angepisst und verteidigt dann im Gespräch mit Homeland ihren Plan, dass sie Starlight das lauter zu machen, weil er ein bisschen skeptisch ist gegenüber Firecracker. Ja. Und sie ist dann auch nicht so erfreut darüber, dass sie jetzt in den Seven ist. Das wollte sie von Anfang an nicht. Ich finde es auch gut, dass das hier angesprochen wird, weil ich habe mich auch gefragt, warum ist sie jetzt ein, ein Shining Light? Also warum ist sie jetzt so, wird sie in die Öffentlichkeit gebracht? Weil das ist ja überhaupt nicht ihr Ding eigentlich. Und dann fand ich auch eigentlich einen ganz coolen Dialog, wie er dann sagt, Beliebtheit und Bekanntheit ist Macht, so wie er es auslebt. Und sie, nein, es ist ein Gefängnis, weil sie halt jetzt nicht mehr heimlich interagieren kann. Fand ich einen coolen Dialog zwischen den beiden. Ja. Und sie macht so einen One-Liner, dass das Spandex irgendwie so unbequem ist von ihrem Suit. Und das hat mich an einen One-Liner aus X-Men 1 erinnert, weil da gibt es ja auch eine Szene, die haben ja so schwarze Lederanzüge. Und da beschwert Wolverine sich über den Anzug und dann sagt Cyclops, ja, was wäre dir lieber gewesen, gelbes Spandex? Weil er ja in den Comics gelbes Spandex anhat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Parallelen gezogen werden, weil sie bedienen sich ja sehr gerne an Figuren und Dialogszenen von Marvel und DC. Ja, eine Sache, die dann noch herauszuholen ist, Homelander möchte sie dann weiterschicken, um neue Fotos zu machen. Und der Dieb macht sehr gerne ein Foto mit der Sister Sage. Und Homelander schaut unterdessen ein bisschen auf Ryan, weiß nicht so genau, was er mit seinem schüchternen Sohn machen soll. Ist so ein bisschen unzufrieden mit ihm. Und ich habe mir dann gedacht, weil wir es in den vorherigen Folgen mal angesprochen haben, Ryan chillt einfach mal wieder so im Seven Tower. Der sitzt mal so dabei, einfach bei dem Meeting und ist so, ah, schon wieder. Ja. Habt ihr noch was zu der Szene? Nee. Ich glaube, der langweilt sich da immer sehr. Ich glaube auch, ja. Wobei, ich glaube, der ist auch einfach, der hat noch nicht so viel Bock auch auf das Ganze. Ich glaube, der hat richtig immer Angst, wenn irgend so ein Event ist. Da denkt sich, oh shit, mein Dad, muss ich mich mal wieder hinziehen. Ich fand es auch sehr lustig in der ersten Szene, wie er so als Einziger in seinen Alltagsklamotten auf der Bühne stand. Einfach so, oh ja, ich bin auch dabei. Bock auf dieses Kostüm auch und so. Zurecht, weil es auch ein shit Kostüm ist. Dann haben wir den Cut. Meine nächste Szene, habe ich da Kinder gehört? Schön. Da, Leute, schaut sich einen Clip an, wie sie die Menge befeuert und schaut auch mal ein bisschen skeptisch rein. Ich fand es ein bisschen erzwungen, jede Szene mit so einem Clip einfließen zu lassen, wie sich irgendwer in Social Media Sache anschaut. Vor allem, weil sie sich halt sich selbst anschaut. Also hier macht es gar kein, also so, wie war ich da so, gut, schlecht, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht so gebraucht. Aber naja. Der Anwalt, der heißt Steve, laut Amazon Trivia, der sich auch dieses Firecracker-Video angeschaut hat, in einer der Folgen davor, wo ich darauf hingewiesen habe, er schaut es sich in einem Starlight House an, wo wir ein bisschen darüber diskutiert haben. Ist scheinbar der Rechtsanwalt des Starlight Houses und gibt Huey ein paar Tipps, wie er denn damit umgehen soll, dass seine Mutter jetzt über die Gesundheit seines Vaters achtet, aber sagt, dass da eigentlich nichts zu machen ist und Huey doch mit ihr einfach reden soll. Ja. Von Huey natürlich wenig begeistert ist. In dem Beitrag im Fernsehen gibt es unten einen Slide und in dem Slide steht Guardians of Godolkin join seven members at V52 Expo. Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das heißt, da wir ja die Guardians of Godolkin, also Kate und Sam, auch im Trailer gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass diese V52 Expo noch stattfindet. Ich habe jetzt dazu online nichts gefunden. Es kann sein, dass es halt einfach an diese Disney Expo, diese D23, die es ja immer gibt, angelehnt ist und dass es halt einfach so ein großes Wortding ist oder auch angelehnt an diese Stark Expo, die wir aus dem MCU kennen. Und es gab ja auch schon mal in Staffel 1 so eine Believe Expo, wo dann Starlight aufgetreten ist, wo auch so ganz viele Soups unterwegs waren, die sich dazu bekannt haben. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass entweder das Mid-Season-Finale oder das große Finale dann auf dieser Expo spielt, wo wir dann auch unsere Guardians of Godolkin noch mal sehen. Es könnte ein Teaser da drauf sein. Ja. Sehr gut, dass dir das aufgefallen ist. Dann, Franchi, Trift of Colin und die Situation zwischen den beiden ist so ein bisschen seltsam erst einmal, aber es wird zum Glück für die beiden unterbrochen. Und dann ein Mann, der auch nur Middle-Aged Guy heißt, betritt das Starlight House und will wissen, wo die Kinder sind, die anscheinend im Keller festgehalten werden sollen. Er zieht dann auch eine Waffe, aber Franchi springt ein und macht ihn fertig, kriegt dabei noch kurz einen Schlag gegen den Kopf, aber mit seiner Ausbildung ist es für ihn kein Problem, den Mann lahmzulegen. Interessant dazu, es gab tatsächlich so einen ähnlichen Vorfall in Amerika 2016 und wo auch ein Mann in ein Comet-Ping-Pong-Restaurant gekommen ist und dort auch die Mitarbeiter und die Gäste mit einer Waffe bedroht hat und verlangt hat, den Keller zu sehen, der da gar nicht existiert hat, um da irgendwelche Kinder zu retten und aber bei diesem Vorfall ist auch niemand irgendwie verletzt worden zum Glück, aber zeigt natürlich wieder, wie politisch hier das aufgegriffen wird und schon wie sich jetzt die Leute langsam radikalisieren lassen. Wir haben dann so eine klassische Verarztungsszene zwischen Franchi und Colin, wo sich die beiden aussprechen und Colin eben Franchis Wunde verarztet. Ich finde es sehr lustig, dass Colin dann Franchi mit Jason Bourne vergleicht, aber Franchi sich eher als Jean Reno sieht. In Leon der Profi. Ja, genau. Sehr geil. Ich finde, er ist auch so eine Mischung aus beiden. Er sieht eher aus wie Jean Reno, aber er kämpft eher ein bisschen wie Jason Bourne. Ja, das stimmt. Und wo sie sind, es sieht ein bisschen aus wie ein Basement. Es ist kein Keller, aber es passt ein bisschen Aber es sieht ein bisschen aus wie ein Keller, ja. Obwohl gerade gesagt wurde, es gibt keinen. Und Franchi struggelt ein bisschen, aber sie küssen sich dann doch. Es ist zwar jetzt nicht alles gut, aber sie finden wieder zeitweise zusammen. Also die Liebesbeziehung nimmt da ihren Lauf weiterhin. Hat mich aber nicht gestört. Ich fand die ganz süß, die Szene eigentlich. Also zwei Sachen dazu sind mir noch aufgefallen. Zum einen macht der Schauspieler, der Colin spielt, ein Altersjoke, dass er sagt, ja, du bist ja so alt. Ich habe nachgeschaut. Der Schauspieler von Franchi heißt Tomer Capone und ist 39 Jahre alt. Und Elliot Knight ist 34 Jahre alt. Das heißt, das sind nur fünf Jahre Unterschied. Also ist der Altersjoke nicht so passend. Ich habe für die Folge auch nachgeschaut, das Alter von Zweien, weil es mich interessiert hat und ich es vergleichen wollte. Aber von Starlight und Firecracker. Ah, okay. Da kommen wir dann auch gleich auf jeden Fall noch dazu. Und noch eine Sache. Indirekt ist hier, finde ich, eine Theorie, die ihr hattet, widerlegt worden, weil ihr ja angedeutet hattet, es könnte sein, dass Colin und Franchi sich schon aus der Mafia-Zeit kennen. Aber dadurch, dass Colin ja nicht weiß, dass Franchi so gut mit Waffen kann und eben auch über die Geschichte mit dem Drogentreffen, wo sie sich kennengelernt haben, die wir ja schon hatten, ist, glaube ich, jetzt eigentlich ausgeschlossen, dass das der Ursprung ihrer Freundschaft ist. Bestimmt. Ich habe trotzdem irgendwie noch immer von Colin das Bild, dass er ein Kämpfer ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist er es in seinem Körperbau. Aber er wird ja auch nicht inszeniert, wie ein Kämpfer. Er ist schon so ein Mucki-Typ. Ja, er sieht dann einfach sehr trainiert aus. Ja. Aber ja, hast du recht. Es wird ja auch später noch ein bisschen was zu der Vergangenheit von Colin und Dingen. Nächste Szene. Singer Burns Newman. Denn es geht am Anfang um Senator Burns, der nach einem Autorenassistenten benannt ist. Ich finde es irgendwie mal witzig, wie oft Leute, die dort arbeiten, dann deren Namen eingearbeitet werden in die Folgen. Wir hatten es auch schon in den letzten Folgen. und sie zählen gerade Stimmen im Senat. Singer will wissen, wie viele für Wort stimmen und aus dem Dossier, das man danach sieht, geht es wohl um ein Superhelden-Management-Act und dem so ein bisschen Verbot, so ein Verbot gegen Supes in offiziellen Positionen geben soll. Er möchte sie ein bisschen in die Entertainment-Richtung schieben. Newman kommt währenddessen freudestrahlend herein. sie sagt so, sie sei zu spät, weil sie niemand darauf hingewiesen habe, dass jetzt eine Treffen ist, aber es wirkt so ein bisschen, als wäre es eigentlich seine Absicht, dass er sie nicht dabei haben will. Ja. Wird ich den den Vibe bekommen? Finde ich auch, ja. Ja. Newman stimmt zwar zu, dass man die Superhelden irgendwie eindämmen muss, aber will das Ganze nicht übertreiben, dass sie sagt, man kann nicht ganz gegen die Superhelden arbeiten und Singer findet aber harte Worte, dass eben Supes ein Unterhalter sind und fordert sie ein bisschen so heraus und Newman lässt so ein bisschen gesichtsmäßig ihre Maske einfallen, aber stimmt ihm dann zu, natürlich sind wir gegen Superhelden. Also man merkt so ein bisschen dieses Machtspiel, er weiß, dass sie ein Supes ist und sagt es aber nicht laut und sie Ich finde es zu offensichtlich irgendwie. Echt? Wie er ihn noch so zunickt mit dieser Tasse in der Hand und so naja, weiß schon, dass du gemeint bist und Also ich fand es super, das war meine Lieblingsszene in der Folge. Ich mochte diesen politischen Einblick einfach mal eine andere Ecke sich anzugucken und so. Das fand ich gut. Ja. Also ich weiß, was du meinst, es ist schon sehr on the nose, aber für mich war es noch okay. Also das mochte ich gerne. Ja, ich mochte auch, dass man eben so diesen politischen Aspekt und auch Singer mehr mehr kennenlernt. Ja. Nächste Szene, alles hört auf kein Kommando. Ist das nicht ein Untertitel von irgendeinem Film? Das ist ein Toy Story. Toy Story, genau, Toy Story, alles hört auf kein Kommando, ja. Frenchy pfeift sich ein paar Pillen rein und seine Augen weiten sich extrem krass. Ich habe mich auch gefragt, wie sie das gemacht haben. Und Kimiko erzählt ihm währenddessen von der Shining Light Cell, von der sie eben erfahren hat in der letzten Folge und darüber haben wir letzte Woche schon ausführlich diskutiert oder in der letzten Folge, was es da mit Aufsicht hat. Und sie hört anscheinend auch auf ihre Therapeutin, denn sie sagt, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss und fordert ihn eben dazu auf, ihr zu helfen und sie will sie alle umbringen und sagt es mit so einem richtig freudig strahlenden Gesicht, fand ich sehr lustige Szene irgendwie. Und sie fragt dann oder bittet Frenchy eben ihr zu vertrauen und das tut er auch. Die beiden sind ja einfach generell, gehen eigentlich durch dick und dünn, zumindest bis hierher. Und im Hintergrund sieht man schon die ganze Zeit unterdessen Huey und Annie, wie sie so ein bisschen Kämpfen üben. Aber Huey ist noch mehr Lauch als ich und sie ist wirklich versagt auf ganzer Linie. MM ist dabei der Einzige, der arbeitet und fragt eben, was Sage wohl in den Seven macht, eine Frage, die er uns beschäftigt hat, weil sie ja eben eher eine Strippenzieherin ist. Und er möchte dann A-Train zum Team holen um da eben ein bisschen mehr ja einfach auch wahrscheinlich Schlagkraft zu haben gegen die Seven, wogegen natürlich Huey sehr, sehr stark ist wegen der ganzen Geschichte mit seiner Ex oder mit seiner Freundin, die A-Train umgebracht hat und auch Starlight, die eine Personal Vendetta hat gegen A-Train, stellt sich dagegen und die anderen sind da auch sehr hart. Fernseh, äh, Firecracker sagt unterdessen im Fernsehen, sie schafft es in die Seven ohne jemanden zu blasen, natürlich eine klare Anspielung an das, was Starlight gemacht hat und Starlight schaut wieder sehr, sehr aufgebracht in dieser Szene. Das stimmt. Also, ich habe mich, das ist keine Kritik, aber ich habe mich gefragt, Huey ist schon so lange bei den Boys jetzt und er kann immer noch nicht kämpfen. Also, er kann es ja immer noch gar nicht so, aber gut, das ist Charakter-Trade von Huey so ein bisschen. Und er hat ja auch eine Zeit lang hier bei Newman gearbeitet, der ist ja eher so der Simpler-Arbeiter, aber ja. Und MM sagt dann, ja, er versteht die neuen Pics in den Seven überhaupt nicht und dann denke ich mir auch, ja, sorry, aber das ist ja so obvious, dass Firecracker einfach da ist, um Propaganda gegen die Starlight-Seite zu machen und dass Sister Sage da ist, weil sie halt das Mastermind hinter allem ist. Gut, dass sie jetzt in den Seven ist, obwohl sie eigentlich gar nicht wollte, obwohl sie eher für so einen Posten hinter den Kulissen gut wäre. Klar, das kann man hinterfragen, aber ich fand, das war schon ein bisschen, ja, klarer Menschenverstand wird das eigentlich lösen, dieses Problem. Ja, ich finde ganz nett eigentlich so eine Team-Szene, wo jeder so sich in die einzelnen Gruppen aufgeteilt wird. Ich finde aber, das geht dann hier, können wir auch später drüber reden, ein bisschen in so ein klassisches The Boys-Muster unter der Staffel teilen wir uns alle auf, jeder hat so seinen Handlungs-Arc und am Ende teamen wir nochmal wieder ab. Die Dynamik ist trotzdem schön. Die Dynamik ist aber schön gezeichnet. Die funktioniert immer, ja. Immer die gleichen Gruppen auch, aber, ja, Charaktere gegeben. Dann ein Fake-Fight für Setup, habe ich die nächste Szene genannt, denn wir haben einen, einen Kampf in einem Videospiel, das Ryan im Seven Tower spielt, also er chillt halt da wirklich die ganze Zeit, und zwar Tournament of the Heroes heißt es, hat so diesen Mortal Kombat-Style, es gibt tatsächlich auch so ein Superhelden-Spiel, Injustice heißt das, wo du auch so Mortal Kombat einfach nur mit DC-Helden hast, und dort sieht man dann eben eine Vielzahl an Charakteren, die man auswählen kann. Hast du alle herausgefunden? Ich habe alle herausgefunden, ja. Also natürlich die großen Seven-Mitglieder, A-Train, The Deep, Homelander, Black Noir, Queen Maeve, auch Translucid ist noch dabei, man sieht Crimson Countess, mit der auch gleich dann noch gespielt wird, und Lamplighter, mit dem auch gespielt wird, ein X-7-Mitglied, dann sehen wir ganz klein unten Termite, den wir ja schon kennen, der dunkelhäutige Typ in der vorletzten Reihe, neben Translucent, ich nehme an, dass das Polarity ist, ja, der Vater von André aus Gen V, genau, der auch schon, haben wir auch schon mal ein Bild gesehen von einem Film mit ihm, dann haben wir unter Queen Maeve einmal Gunpowder, in der dritten Reihe ganz rechts, der kam auch schon in The Boys ja vor, das ist der Typ, den Butcher aufgesucht hat und der dann in dieser Parkhaus-Szene von Butcher umgebracht wurde, als Butcher sich, glaube ich, zum ersten Mal V Plus oder V24 gespritzt hat und ihn dann mit den Laser-Augen V Plus ist der Streaming-Service von VOD, den gibt's aber auch, oder VOD Plus, und Gunpowder war ja auch der Sidekick von Soldier Boy. Genau, er ist einer von Payback, ja, genau, ebenso wie Crimson Countess, ja. Dann gibt es unten neben Termite einmal Ezekiel, ja, den haben wir auch schon mal angesprochen, weil der mal erwähnt wurde in einer der Folgen unten in so einem Subtext, das ist ja so ein religiöser Superhelden-Anführer, der in der ersten Staffel vorkam und da diese Believe-Con geleitet hat. Und der sich so wie Mr. Fantastic so dehnen kann. Genau. Wir sehen unter Homelander Tech Night etwas, etwas abgeändert von dem, von der Version, die wir aus Gen V kennen, aber wahrscheinlich ein bisschen eher an den Comics orientiert, so ein Mittelding. Weil er hat auch so einen Suit an, so einen großen, blauen, fast schon an Blue Beetle oder Batman erinnernden Suit. Genau, in den Comics ist er ja mehr so eine Mischung aus Batman und Iron Man, also da ist Tech auch wirklich noch mehr im Vordergrund. Und wir sehen auch eine Figur, die noch nicht vorkam bisher, nämlich Web Reaver. Ja. Das ist so der, mit der Maske, so der Spider-Man Verschnitt praktisch und der soll ja noch in dieser Staffel vorkommen, es gab schon mal eine Szene in der ersten Folge, da haben wir glaube ich, ist uns gar nicht aufgefallen. Da haben wir über ihn geredet, weil er unten im Text von einem Ding schon erwähnt worden ist. Im Text wurde er erwähnt und auch auf einer Bauchtasche hat man ihn irgendwie schon mal gesehen. Ah, okay, das haben wir nicht gesehen. Bauchtasche. Ja. Auf jeden Fall wird hier weiter angeteasert. Ich finde es eigentlich sehr spannend, dass so viele Orte und Personen immer schon im Vorhinein angekündigt werden. Also auch dieses Wort und Eis kamen ja schon in der ersten Folge vor. Zieht sich so ein bisschen durch. Und jetzt vielleicht dieses V52. Ja, genau, die Expo. Ja, V52 kann auch sein, dass die noch kommt. Genau. Und Ryan spielt dort ganz allein mit Kopfhörern und bekommt dann eine Anfrage von Don't Be A Cunt und kämpft dann mit Crimson Counters gegen Lamplighter in diesem Videospiel. Ich fand die Stimmen super, super seltsam. Ich hab mir gedacht, why? Es waren doch die Stimmen einfach von Butcher und Ja, aber ich fand, die waren mega verzerrt irgendwie. Also ich fand das total lustig, weil die Münder von den animierten Figuren haben sich bewegt, aber über, genau, also der Mund von Crimson Counters in der Animation hat sich bewegt, aber es kam Butchers Stimme raus. Also das fand ich super lustig. Ja. Aber ich fand es ein bisschen strange. Ja. Ein bisschen sehr seltsam aus. Und wie brutal dieses Spiel aus. Ja, also Ryan kämpft gegen Butcher. Butcher lässt sich so ein bisschen verprügeln und ich spiele es ja so brutal, dass man das hier seinen Kind spielen lässt. Das durfte sich bestimmt irgendein CGI-Anfänger mit austoben. Wahrscheinlich, ja. Da kann ich Vollgas geben. Genau. Und es ist auch wieder schön, dass man merkt, sie haben ein Original, an dem sie sich orientieren, aber sie übertreiben es natürlich wieder, weißt du, The Boys. Ja. Naja, gut, bei Mortal Kombat ist das jetzt von den Kills her auch ähnlich brutal. Ah, okay, krass. Da reißt du auch so die Wirbelsäule raus oder sowas. Ja, gut, da stecke ich nicht so drin. In Injustice ist es auch relativ brutal, nicht ganz so krass natürlich, aber da gibt es auch so, ich sag mal, besondere Moves irgendwie. Das sind halt diese Finishing-Moves. Genau, die dann ultra krass aussehen, wo du eigentlich gewonnen hast und dann brutal fertig machst. Okay. Und die Szene ist halt vor allem dafür da, dass halt Ryan von Butcher eingeladen wird, lass mal mit miteinander ein bisschen sprechen. Aber auch wieder kreatives Setup mit diesem Spiel. Also ich finde, das ist eine schöne Art, sowas zu machen. Wäre ich gut auch. Besser, als dass er einfach anruft. Nächste Szene, You are fired. Man sieht Homelander und wie er sich einen Beitrag über Starlight anschaut und ich hab mich dann gefragt, woher er, also diese Obsession ist, weil sie so beliebt ist vielleicht. Weil er scheint ja da wirklich sehr, sehr fixiert drauf und dass es ihm das wirklich... Sie ist ja Feindbild, sie ist ja die Gegenseite, sie steht für die Leute, die ihn hassen. Ja, aber dass er so outzone, nur weil er hier Starlight sieht, fand ich schon extrem. Also wie dieser Hass, woher der so kommt, hab ich mich einfach ein bisschen nicht gewundert, aber fand ich spannend. Firecracker redet die ganze Zeit von der Seite auf ihn ein, aber er hört halt gar nicht zu und sie ist, sagt ihm dann irgendwann doch, dass sie, sein Treuster untergebene ist und sie alles für ihn tut, wirklich alles, alles, alles. Alles. Also sie ist nur ganz leicht obsessed. Und gerade da auch, dass sie vorher natürlich im Fernsehen gerade noch diese Anspielung mit I didn't have to blow someone macht und dann aber im Prinzip sich selbst Homelander anbietet, so, zeigt schon ein bisschen diese Doppelmoral. Ich frage, ich finde es halt ein bisschen seltsam, dass man einerseits dann später Firecracker so ein eigenes Motiv gibt und sagt, sie ist ja eigentlich eine normale Person, die das alles nur nutzt und aber gleichzeitig dann solche Szenen hat oder auch die Szene, wo sie Sister Sage zum ersten Mal trifft und dann so, oh mein Gott, Homelander und so ein Fangirl ist. Sie ist keine richtig einheitliche Figur. Ja, also das sind irgendwie zwei Aspekte, die so noch nicht so ganz vereinbar sind miteinander. Er schaut erst an ihr vorbei und dann kurz so mustert sie ein bisschen und schaut dann wieder weg und geht dann einfach, also er ist nicht so interessiert an ihrem Angebot. Black Noir erzählt unterdessen, dass er Performance Art auf der Godolkin University studiert hat. Also er ist ein Zub, das wissen wir jetzt auf jeden Fall. Ja. Weiß ich nicht, was er nervt hat. Und woanders war er auch noch. Hat er auch extra. Ja, er hat noch irgendwas anderes gesagt, was ich aber auch nicht zuordnen konnte. Nee, es hat auch bei mir nichts geklingelt. Im Hintergrund steht Sister Sage und schaut aus dem Fenster nachdenklich. Mich hat auch Noir insgesamt in dieser Szene genervt, weil er nur noch so Nonsens spricht. Also ich finde am Anfang cool, weil er so, weil man ja rausfindet, dass Black Noir anscheinend eigentlich gar nicht so wirklich was mit Karate zu tun hatte. Ja, das war lustig. Keine Ahnung hat, aber halt dieses Dojo hat, in dem er lebt. Ja, ich finde halt, dass, ich finde halt, die Stimme irgendwie, wie er spricht, ist halt lustig. Ja. Aber was er halt dann sagt und auch vor allem jetzt dann gleich, wenn er einschläft, fand ich halt so drüber. Das ist genau das. Das war zu viel. Das war mir dann auch tatsächlich in dieser Folge wirklich zu viel. Das ist genau diese Comic Relief-Geschichte, die mich letzte Woche schon genervt hat. Ja, jetzt kann ich es auf jeden Fall lassen. Ich finde die Black Noir-Geschichte eigentlich spannend, weil sie so anders ist als in den Comics. Ja. Weil in den Comics ist ja ein Homelander-Klon, der dafür da ist, dass wenn ein Homelander durchdreht, dass er ihn dann umbringen soll und dadurch, dass er ihn aber nicht, das weiß er auch die ganze Zeit schon und wird ja damit praktisch aufgezogen und dadurch, dass er das ja eben nie machen darf, dreht er dann selber durch und er ist ja dann der, der tatsächlich Butchers Frau eigentlich auch vergewaltigt. Ach echt? Ja. Ah. Genau, und deswegen, da gibt es dann ganz viele Bilder von, wie er irgendwie einen Haufen Leute umbringt und dann mit den Posts und Bilder macht und so und die werden dann irgendwann geleakt und man denkt, es wäre der echte Homelander. Beziehungsweise Butcher hat die dann und Homelander dreht dann irgendwie selbst durch und hat irgendwie Angst, dass er so eine Persönlichkeitsstörung hat, als er diese Bilder dann sieht und eigentlich ist es dann halt Black Noir gewesen im Homelander-Kostüm. Spannend. Ja, so tief habe ich mich nie eingelesen in die Comics, aber das klingt auch nach einem interessanten Handlungsstrang und vor allem nach einem spannenderen Noir. Genau, und am Ende kämpfen die dann gegeneinander und Butcher macht dann den Überlebenden fertig. Ja. Das ist dann das Ende. Ah, okay. Also dementsprechend ist es ganz anders und ganz neu und deswegen finde ich schon cool, also sie können da auf jeden Fall was draus machen, aber ich glaube, dass jetzt der Schauspieler, der Black Noir spielt in der Serie, auch nicht so besonders stark sein kann, weil die, wie wir ja aus Gen V gelernt haben, die Performing-Artists waren jetzt ja nicht die, die es geschafft haben, in Crime-Fighting reinzukommen, eher. Ja, ich glaube nicht, dass sie was aus ihm machen. Ich glaube, das bleibt einfach nerviger Witz-Charakter bis zum Ende und irgendwann stirbt er. Ich glaube auch, irgendwann hat man so eine Szene, wo er halt dann stirbt, weil er zu weit geht oder die Boys killen ihn oder sowas. Ja, Sister Sage nimmt zur rechten von, eigentlich zur linken von Homelander Platz, aber halt direkt neben ihm und verdrängt damit ein bisschen A-Train und dann sendet Homelander Ashley weg und da fand ich das Comedy-Timing von The Deep wieder super, wie er so die Luft einsaugt. Das hat da sehr gut gepasst. Eigentlich brauchen wir Noir gar nicht als Comic-Relief, weil eben The Deep als etablierte Figur, die auch einen anderen Sinn hat, trotzdem so einen guten Witz hat auch. Ja. Ja, da hast du recht. Und Homelander schaut dann nochmal zu Sister Sage so nachfragend, ob Ashley wirklich gefeuert ist und so, nein, nein, sie wird nur einfach, bekommt andere Aufgaben zugewiesen und sie packt dann ganz langsam und laut ihre Sachen und geht und natürlich fällt was herunter. Ja, ein bisschen plump. Ja. Und ich fand das eigentlich witzig, muss ich sagen, wie sie so sagt, okay, ja, dann gehe ich und dann muss sie erst mal ihre Sachen packen und dann dreh sie nochmal um und dann fällt ihr Zeug runter und dann geht sie nochmal raus, diese Türen gehen zu und dann fällt ihr nochmal der Stift runter. Mir war es einmal zu viel, aber vielleicht ist es nicht schlimm. Im Hintergrund sieht man schon da Noir einnicken, was ich finde den Witz auch nicht so gut, aber man sieht den hier schon mal. Ja, trotzdem. Homelander sagt dann noch, sie soll Ryan finden, was dann auch keine Rolle mehr spielt. Aber um zu zeigen, deine Rolle, du bist jetzt Lauf-Begi-Besitterin, genau. Sister Sage weist dann daraufhin auf ein Sicherheitsloch, weil eben die Starlighters ja dieses Sicherheitsmaterial bekommen haben, mit dem sie dann die zwei freigesprochen wurden und The Deep macht sich unterdessen die Nägel. Ich finde, das ist natürlich auch sehr übertrieben. kann man aber sagen, passt so der Figur. Und A-Train schaut natürlich sehr betreten, hat auch ein bisschen Angst, weil er es ja eigentlich war, der dieses Sicherheitsmaterial den Starlighters gegeben hat. Und The Deep wird dann aus seines Amtes enthoben. Er ist ja der Anführer der Verbrecheranalyse, Crimes Analytics auf Englisch. Und dazu wurde er in der dritten Staffel, als man ihm so versucht hat, ein bisschen eine Aufgabe zu geben, wo er nichts kaputt machen kann. Und A-Train ist dann ziemlich relieved, als halt alle so The Deep im Fokus haben. Und später klärt sich auch noch, dass er nicht mehr in Verdacht kommen wird. Ja. Und sie reden kurz darüber, dass Ryan ganz gut ankommt und er auch mehrere Angebote bekommt, unter anderem von Teenage Kicks. Das kennen wir ja schon. Da waren ja A-Train und ganz viele andere in diesem Kartenbildschirm, den wir da gesehen haben mit diesen ganz vielen Zoops, genau. Und auch bei Cape for Christ wieder mal ein Hinweis auf so dieses christliche, religiöse. Ich habe noch einen Punkt zu, dass das ein Leak sein muss. Ich habe nicht ganz verstanden, woher sie das wissen, dass das einer sein muss. Ich meine, da kann es ja auch andere Kameras einfach von irgendwelchen anderen Unternehmen gehabt haben, die einfach so in einem Laden sind und die dann halt gesehen haben und das dann veröffentlicht haben. Vielleicht kann man so Technik Talk das irgendwie begründen, dass sie sagen, ey, es gibt Informationen, dass jemand dann und dann das heruntergeladen hat oder so, oder wir wissen, dass es unsere Kamera ist oder so. Ja. Aber klar, ist ein bisschen zurechtkonstruiert, hast du schon recht. Ja. Und noch ein letzter Satz eben, was auch noch zu Ryan gesagt wird, dass die Starlighters eine Agenda bekommen haben, Rescue Ryan und da wird ja schon mal ein bisschen auch vielleicht vorgebaut, dass das noch ein Politikum wird mit ihm und so und diesem Konflikt, auch, dass der in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Ja. Und ich bin nicht gespannt, ob und was da noch kommt. Ja, habt ihr sonst noch was zu der Szene? Also, es ist ja noch so, dass Adrian einen Anruf von seinem Bruder bekommt, wo sich dann herausstellt, dass es eigentlich gar nicht sein Bruder war. Ja. Ja, so eine Nachricht, dass sie sich treffen sollen. Eine Nachricht, Aber sonst, da habe ich zu der Szene eigentlich nichts mehr. Also, es ist halt diese klassische Seven-Szene einfach. Ja. Und halt, dass Black Noah eingeschlafen ist. Das ist wichtig. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann noch mal vorkommt. Für irgendeinen dummen Gag. Ja. Oder, dass er deswegen stirbt. Ja, das wäre lustig. Das wäre vielleicht lustig. Aber vielleicht, ja, kann man natürlich Theorien spinnen. Er schläft irgendwann ein und deswegen kann sich die reinschleichen. Nächste Szene, Dieb in Diebs Psyche. Dieb lässt sich erschöpft auf sein Bett fallen. Sein Oktopus Ambrosius will ihn sehen und er ist aber wenig motiviert, hat nicht mehr die Beziehung zwischen den beiden, kriselt ein wenig. Gibt so ein bisschen Ehe-Drama. Sie will auch wieder mal raus ans Licht. Das Glas, das Aquarium ist dreckig. Aber er lehnt alles ab und sagt, dass er so ein anstrengendes Leben hat. Wisst ihr, von wem Ambrosius gesprochen wird im englischen Original? Nee. Fucking Tilda Swinton. Finde ich so funny. Also das ist ein sehr schönes, kleines Easter, kleines Cameo. Ja. Aber sonst gibt es, sozusagen, wir hatten ja schon mal so eine kurze Szene zwischen den beiden. Ich finde jetzt. Ist halt einfach so. Natürlich auch mehr Bild ab noch zu der späteren Entwicklung von der Dieb. Ja. nächste Szene. Ashley nicht mehr Boss und doch der Boss. Sie beschwert sich, dass sie sich so aufgeopfert hat und jetzt im Grunde hinausgeschmissen wird. Sagt auch, dass sie von Disney seit Jahren abgeworben, wer er will. Ja, das ist das Disney Easter Egg, was Daniel letzte Woche auch schon angesprochen hat. Und währenddessen liegt Cameron Coleman nackt am Boden und gefesselt und auch richtig kunstvoll gefesselt irgendwie. Also, die sind auf jeden Fall übt, die beiden. Und er schlägt ihr vor, dass sie sich rächen soll, indem sie die Toilette verstopft, wie er es bei seiner Ex-Frau Freundin gemacht hat. Und im Hintergrund macht sich währenddessen Ashley fertig und sagt, das nennt ihn eine Prom Night Dumpster Baby und ja, spielt ein bisschen den Boss. Ich frage mich bei dieser Szene, wann werden im Boys Tower diese Statuen ausgetauscht? Das habe ich dich auch gefragt. Ja, oder? Ja. Weil im Hintergrund sieht man Statuen von verschiedenen Heldinnen und Helden, unter anderem aber auch welche von Helden, die nicht mehr da sind. Also, Queen Maeve und ich glaube Translucent haben auch Statuen. Ich weiß nicht, ob es in dieser Szene ist, da ist auf jeden Fall Queen Maeve, Translucent war vielleicht auch in einer anderen. Aber das sind Leute, die auf jeden Fall nicht mehr Teil der Seven sind und auch nicht mehr werden. Ja. Deswegen, wann wechselt das und wann ist da irgendwann eine Figur von Firecracker oder so? Ja. Und man hat, glaube ich, auch noch länger immer so Lamplight oder so manchmal gesehen da. Ja, das stimmt, ja. Deswegen, ich glaube, das sind einfach, die sind so eingerichtet und irgendwann, wenn halt einer sagt, das können wir jetzt nicht mehr damit identifizieren, wenn die rausgeschmissen, aber ja, spannend. Stormfront sieht man zum Beispiel nirgendwo. Ja. Aber die war auch nicht so lang bei den Seven. Ja, ja. Da muss man einfach lang genug dabei sein, dass man dann so eine Statue bekommt. Aber auf sie haben sie ja auch am Ende alle Probleme geschoben, deswegen macht das Sinn. Genau. Gut. Und dann gehen wir schon in den zweiten Drittel unserer Folgenbesprechung. Schon. Genau. Backe, backe Kuchen. Sehr, sehr gut. Butter, ähm, packt aus seinen Target-Einkaufstaschen Lauterzeugung. Ich fand auch geiles, die von Target waren. Und, aber er packt ja nicht nur irgendwie die Lebensmittel aus, die er braucht, um diese Plätzchen zu machen, die er da macht, sondern auch den Mixer. Also, der hat wohl einfach alles neu gekauft. Und dann kommt so ein bisschen schneller Cut, wie er die zusammenbackt. Ich hab versucht, irgendwie rauszufinden, was alles drin ist, aber, also, dass wir so ein Rezept machen können. Ja, leider ging das nicht. also mengenmäßig müsste man da jetzt halt einfach raten. Aber klassisch halt, äh, Mehl, Zucker, Eier. Und ein bisschen was, was einen betäubt. Und halt so diese weiße Tüte, die er da bekommen hat. Genau. Ich mochte die Musik dazu. Ich fand auch den Song mega. Ich fand auch den Übergang mit der Szene vorher, von wegen Who wants to get his balls crushed? Ja. Und dann die, die spaßige Musik dazu. Fand ich super, den Übergang. Aber, ja, da muss er auch den Mixer nachkaufen. Ein Kabelloser. Hab ich mir genauer angeschaut. Und dann hab ich mich gefragt, okay, wenn er das jetzt direkt machen will, muss er den dann erst mal laden? Plot Hole. Vielleicht, ähm, einer mit Kabel praktischer gewesen. Aber vielleicht kommt er ja auch schon vorgeladen. Ich schätze, ich schätze aber auch Butcher so ein, dass er einfach nicht weiß, was er eigentlich alles im Haus hat. Ja. Und alles immer neu kauft. Ja. Ich glaube nämlich, das ist gar nicht sein Haus, sondern das ist dieses Safe House schon. Ich glaube nämlich, als du es eben gesagt hast, ich glaube auch, dass das schon eins der Safe Häuser ist. Weil das kam ja auch sehr bekannt vor, auch diese Figur mit dem, mit dem Hund, die wir gleich noch haben, wo dann die Kekse reingetan werden, die haben wir auch schon mal gesehen. Deswegen glaube ich, dass das einfach ein Safe House ist in der Stadt irgendwo. Ich glaube, den Hund haben wir schon mal gesehen. Ja. Okay, wo? Ich weiß nicht, ob es die gleiche Box war. Ich glaube, das war in dem Haus, wo eine Zeit lang Ryan bei Grace Mallory war. Ah. Aber dieser Hund ist ja auch so ein bisschen Boys Markenzeichen. Butcher hatte mal so einen Hund. Ja. Genau. Und das Bild sieht man auch im Hintergrund auf dem Regal stehen. mit ihm und Becker und diesem Hund. Aber echt ist der Hund auch auf dem Bild? Ja, geil. Wo er fertig ist und die Plätzchen in diese Hunde-Box reinpackt, kommt eigentlich auch schon genau da rechtzeitig Ryan an. Und dann quatschen sie so ein bisschen. Es läuft darauf hinaus, ob Butcher eigentlich Angst vorm Tod hat, weil wieder sein Hirn ausläuft. Genau im richtigen Moment natürlich. Das passiert immer genau im richtigen Moment. Genau. Und er sagt dann, ja, eigentlich eher nicht. Und dann läuft es ein bisschen weiter und Ryan merkt schon, dass er angelogen wird und will wieder gehen. Ja, und dann will er nochmal aufhalten und mit ihm Kicker spielen. Fand ich süß. Also mich hätte man damals in dem Alter auch aufhalten können mit Kicker spielen. Immer Kicker-Fan gewesen. Ich bin auch die bekannte Kicker gar nicht. Das stimmt. Foosball. What's Foosball? Ja. Ich finde auch richtig schön, am Anfang, wie Ryan reinkommt und die beiden sich so anlächeln und man merkt so ein bisschen, beide sind so ein bisschen, die Situation ist ein bisschen seltsam. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ich finde die richtig, richtig schön zusammen. Also die haben mir beide gut zusammengefallen. Ich habe in der Szene, weil so ein Cut so nah auf Ryan's Gesicht war, ich habe so lange überlegt, wo habe ich diesen Schauspieler vor kurzem gesehen. Cameron Corvetti heißt der. Der hat die junge Version von Boy in Boy Kills World gespielt. Ah, ja, den haben wir auf dem Fantasy Film Fest gesehen. Wo es übrigens auch einen Podcast so gibt. Aber, ähm, ja, das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe wirklich eine Pause machen müssen beim Angucken und Nachgucken müssen. Woher kenne ich den? Ich habe mir auch die Spiele angeschaut, die er sich so geholt hat zum mit Ryan spielen. Er sagt ja, er hat Connect 4 und Lego. Ich habe nicht das genaue Lego Set erkennen können, leider. Aber ich habe die anderen Spiele mir noch angeschaut. Und zwar Pictionary. Sah so aus, als ob es schon mal geöffnet war. Ich glaube, das ist einfach Memory. Und dann hat er noch gehabt Monopoly und Risiko. Ja, schön. Aber die sahen alle noch neu verpackt aus mit der Folie außenrum. Ich glaube, die hat er auch einfach gerade gekauft. Die hat er auch extra dafür gekauft. Ja. Genau. Dann, ähm, haben wir das vermeintliche Treffen mit dem Bruder von A-Train. Wo dann eigentlich MM auftaucht. Und da hat A-Train dann schon keinen Bock mehr drauf. Und meinte, hier hast du mein, äh, hast du sein Handy geklaut? Nee, ist nur geklont. Ich war noch ganz kurz im coolen Übergang von äh, eine Lust auf eine Runde Fußball und dann stehen wir auf dem Fußballplatz. Weil ich erst so gedacht habe, okay, spiel jetzt raus im Fußball. Okay, klar. Das habe ich auch erst gedacht. Aber, ja. Genau. Und dann sagt der A-Train, er könnte ihn hier in drei Sekunden über einen Astro-Turf verteilen. Da habe ich mir erst mal angeschaut, was das ist. Das ist dieser Kunstrasen, den es da gibt. Und es gibt diesen Begriff Astro-Turfing, ähm, dass wenn man so politisch Meinungsmache macht, aber halt so gefälscht. Ja. Ja. Und, ähm, so tut, als wären das so, ähm, außenstehende unabhängige Personen, die dieses Feedback geben oder so Umfragen machen, so unabhängige. Zum Beispiel die Bahn ist dann ein Beispiel auf dem Wikipedia-Artikel. Ah, okay. Hat pro Bahn Umfragen gefaked von außenstehenden Unternehmen. Ah, okay. Damit das nicht so wirkt, als ob das von einem selber kommt. Und das hat dann irgendein texanischer, ich glaube, Präsident dann gemünzt, diesen Begriff, dass er den Unterschied zwischen Grassroots und Astro-Turfing, äh, Astro-Turf kennt. Ah, ich verstehe. Weil Grassroots nennt's, heißt's, wenn's irgendwie so aus der, aus unabhängigen Positionen kommt. Das ist ein schöner Exkurs. Ja. Was man nicht alles so lernt beim Boys-Schauen. Genau. Und dann ist aber die Antwort von A-Train da drauf, dass er Aufnahmen hat aus dem Büro, wo er die Filmdaten übergeben hat. Und er noch viel mehr über ihn hat und ihn sechs Dutzend Fuß, ähm, unter die Erde bringen könnte, wo man ja normalerweise sagt, sechs Fuß. Also, gleich, gleich zwölf Mal. Und, dass er offensichtlich ein schlechtes Gewissen hat, weil er irgendwie ja schlecht schläft und deswegen so, ähm, Augenringe hat. Ja. Ich fand die Szene sehr stark, weil da hab ich gemerkt, dass der Schauspieler von MM, wenn man ihm die Möglichkeit lässt, wirklich liefern kann. Ja. Also, ich find richtig, richtig schön, wie der im Fokus in dieser Staffel ist. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und da haben wir jetzt, glaub ich, auch diesen Arc, den du vermisst hast bei MM, ist dieser Arc, dass er versucht, A-Train auf ihre Seite zu bringen. Vielleicht. Aber er schafft's ja schon im Laufe dieser Folge. Genau. Deswegen, fängt ja schon mal an. Ich glaub immer noch, dass er stirbt irgendwann. Mal sehen. Ja, hoffentlich nicht. Jetzt, wenn er so geglänzt hat in der Szene. Ja. Und dann, ähm, geht er noch ein bisschen drauf ein, dass er seine zweite Chance nutzen soll. Ja. Und A-Train kündigt dann aber auch schon an. Also, er liegt ja auch schon jetzt, dass Sage, ähm, schon nach dem Leak sucht. Ja. Ja, das stimmt. Und das Ganze ist mir auch noch aufgefallen, es spielt an dem gleichen Trainingsspot, wo in Staffel 1 der Bruder von A-Train und er zusammen trainiert haben. Ja. Also, es ist das gleiche Stadion. Weil da sieht man ja dann immer hier A-Train im Kreis rennen und so. Genau. Ja. Sonst kann man zu der Szene, glaub ich, gar nicht so viel sagen. Ich war halt dafür da, ein bisschen was zu erklären noch. Ja. Dann haben wir die, den nächsten Cut. Wir springen zu Kimiko und Frenchy. Die wollen jetzt da ein bisschen Therapie machen. Ähm. Wir merken sofort, dass Frenchy halt hart am Trippen ist und ein bisschen die Dosis vielleicht überschätzt hat für den Einsatz. Oder im Endeffekt hat er ja die Drogen genommen und wurde dann erst von Kimiko mitgeschleppt. Mhm. Ja. Anfangs sollten das auch Regenbogen sein, die so da rauskamen. Es sollte so Regenbogen-themed sein. Aber sie haben es dann im, ähm, Editing danach geändert und, oder gar nicht erst als Regenbogen gemacht, sondern als diese Badeutensilien. Die dann aus der Stadt Blut aus den Leichen rauskriegen. Ja. Und dann springen überall diese Entchen rum und diese Boote und diese Blubberbläschen kommen dem Typen aus dem Kopf. Ja. Ich fand das, mich hat das sehr erinnert an die Muppets-Szene. Ja. Ähm. Da dachte ich mir dann auch beim ersten Mal schauen, okay, ja, ist halt jetzt das Gleiche, nur jetzt halt ohne Muppets, sondern halt mit irgendwie digitalen Effekten. Also, ich fand auch, davor gibt's einen coolen Shot, wie Frenchy so erleuchtet ist, den ich so lustig fand. Ich find auch, es ist natürlich ganz cool und die Szene ist super fun, aber ich find halt, das haben wir schon besser in der Boys gesehen, wie diese Puppenszene oder auch, wenn Black Noir mit, äh, seinen, mit seinen imaginären Freunden spricht, so Animationssachen, die man dann auf einmal in dieser Welt sind, die es eigentlich gar nicht gibt. Fand ich, hat man schon cooler gesehen, aber trotzdem Spaß gemacht. Und ich fand's auch nicht perfekt passend, weil wir kennen Frenchy als den Typ, der immer irgendwelches Zeug schmeißt. Und wir haben aber noch nie so eine trippy Szene mit ihm gehabt. Deswegen, klar, hier ist auch der Fokus auf seiner Vergangenheit, was wir gleich sehen, aber trotzdem fand ich, das ein bisschen, musste nicht sein. Und es ist natürlich wirklich noch mehr als von der, von der Puppenszene, ist es eins zu eins aus The Suicide Squad übernommen, weil es gibt in The Suicide Squad eine schöne Szene, wo Harley Quinn sich durch so Goons durchkämpft, mit so einem Speer und die aufschlitzt und dann kommen da wirklich fast genauso so kleine Tierchen und Blumen raus und so. Deswegen, ja, kennt man halt irgendwie schon, dass statt Blut andere Sachen benutzt werden. Aber es war effekttechnisch gut gemacht. Ja, das schon. Ich fand, solange du suchst, ich hab auch noch was, dann kann ich die nicht befinden. in diesem Lagerraum, in dem sie sind, stehen ganz viele Kisten und auf diesen Kisten steht Jitter Bean Coffee. Jitter Bean Coffee kennen wir schon. Echt? Das ist nämlich ein Café, in dem sich Starlight Staffel 2 mit ihrer Mutter trifft und es ist dann aber eine Falle von Wort und Noir kommt und überwältigt sie. Und es ist ein Café, was auch in den Comics vorkommt, wo dann Frenchy, glaube ich, einen Kaffee trinkt und dann rassistisch beleidigt wird und Leute halb tot prügelt und dann von Butcher da rausgeholt wird. Und im Laufe dieser Folge kommt es auch nochmal vor. Okay, krass. Sag ich euch dann. Das ist in meinem Part nämlich. Krass. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich finde auch, wenn Kimiko hier so on a rampage geht, dass die Musik eigentlich wieder sehr cool ist dazu eigentlich. Ja. Und diese Schnitt-Gegenschnitt-Geschichte mit da sind diese Viecher, die rauskommen und da ist dann das echte Blut oder auch man sieht so, sie haut auf einen Kopf und dann kommen die Seifenblasen raus und dann sieht man aber direkt, wie sie echt auf dem Kopf und dann zieht sie den Hammer so raus und dann ist es so eklig. Das war schon schnitttechnisch auch schön. Ja, vor allem, weil es halt nicht nur die eine Sicht war, sondern dieses schöne Hin und Her. Aber wir finden ja auch noch raus, warum sie die Badesachen genommen haben und nicht die Regenbogen in deinem Teil ganz am Ende. Tun wir? Ja. Okay, dann musst du es später nochmal sagen. Okay. Genau, das ist praktisch die letzte Szene, wo sie da sitzen und reden. Genau. Dann hört Frenchy im Endeffekt von hinten jemanden seinen Namen rufen und zwar Colin und dann geht er einfach weg vom Kampf, während Kimiko da die Leute verhaut und wir sehen die Tür von ihrem Büro, die er durchgeht und dann ist das leer und, aber auch ganz komisch, dass es dann so Meeresrauschen ist und ganz andere Geräuschskulisse und der Raum ist ganz komisch beleuchtet auch. Aber es ist schon das Büro, oder? Es ist das Büro, es ist auch der Raum, aber halt ohne allem drin, nur mit dieser Couch, wo der Colin dann drauf sitzt, aber die Fenster sind auch alle irgendwie matt und von der Beleuchtung her ganz komisch. Sehr entsättigte Farben auch, vor allem im Kontrast zu der anderen Gegenschnittsszene. Genau. Und dann er da mit Colin da und der verbringt da ein bisschen Familienzeit und wir lernen im Endeffekt, dass Frenchy die Familie von Colin umgebracht hat. Genau. Und wir sehen jetzt sogar die tote Familie und in der letzten Folge hat es ja Cherie nur angedeutet. Ja. Und dann sehen wir auch die ganzen anderen Menschen, die Frenchy da zu der Zeit umgebracht hat. Also schon einen ganzen Haufen. Ich hab leider niemanden erkannt. Ich auch nicht. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwen erkenne, aber das müssen dann jetzt wirklich alles Leute aus dieser Mafia-Zeit gewesen sein und nicht wahrscheinlich. Weil er ja auch unter den Boys, also in der Zeit, wo er in den Boys ist, nicht gezielt Menschen tötet. Wenn, dann tötet er ja Supes oder es gibt Unfälle, aber dass er gezielt einen Menschen umbringt, weiß ich nicht, ob wir das überhaupt gesehen haben. Vielleicht mal irgendeine Wache oder so. Aber ich denke auch, dass das vor allem auf die Mafia-Zeit anspielt, weil die Art, wie die Leute gestorben sind, was man ihnen ja auch ansieht, sehen sehr nach Mafia aus. Ja, genau. Und dann sind die plötzlich alle weg und Little Nina ist da. Genau. Ja. Die nennt ihn Sachi. Ja. Und das ist, ich nehme an, irgendwie aus dem russischen Bereich und heißt Kleiner Hase. Also so ein Kosename. Ja. Ich habe einen kleinen Exkurs zu Little Nina rausgesucht. Ja, gerne. Ähm, wollt ihr? Ja. Äh, Little Nina hat vor den Boys, war sie die Chefin von Frenchy, Frenchy hat für sie gearbeitet. Ähm, in der Serie taucht sie zum ersten Mal in Staffel 3 auf, als sie den Boys hilft in Russland bei dieser Soldier Boy-Geschichte. Da geht aber ja ziemlich viel schief und sie sucht dann später Frenchy auf und gibt ihm die Schuld an der Soldier Boy-Sache und sagt, er muss jetzt für sie jemanden töten, weil sonst, ähm, genau, bestraft sie ihn. Er tut es dann aber nicht, weil er da ja schon diese Geschichte mit Töten zieht sich ja durch, durch seinen Charakter-Arc und sie nimmt ihn dann gefangen und dann kommt die Szene mit Cherie, über die wir auch letzte Woche schon gesprochen haben, mit Cherie und Kimiko, die dann eben auch fest gehalten werden, wo dann der nackte Frenchy reingebracht wird, wo sie dann gerade so entkommen kann und in den Comics ist sie auch eine Antagonistin, die nur in Russland, äh, tätig ist, also da ist sie nicht die ehemalige Chefin von Frenchy und, ähm, sie macht da mit so einem Fake-V Menschen zu Supes, um sich eine Armee aufzubauen, die Nebenwirkung von diesem Fake-V ist, dass jedem Fünften der Kopf explodiert ähm, und sie will dann mit dieser Sup-Armee den Kreml erobern, ist aber, äh, gleichzeitig die ganze Zeit masturbationssüchtig und stirbt dadurch, dass Butcher einen von ihren Vibratoren manipuliert, der dann explodiert, wenn sie ihn benutzt. Also fand ich auch wieder eine sehr abgewandelte Figur, sieht auch ganz anders aus in den Comics. Genau. Ich hatte kurz, äh, Angst an der Szene, weil das ja ein klassischer Trope ist, er sieht Geister und hält da so die Waffe hin, dass er dann irgendwie ein Falsches erschießt oder sowas, aber passiert dann ja doch nichts, da geläuft uns nichts. Das hab ich auch schon in dem Moment irgendwie gedacht, dass dann irgendwie Kimiko ist oder so, bei der wäre das nicht so schlimm. Ja. Ähm, ja. Ich sehne ein bisschen langweilig. Also, der Anfang fand ihn auch ganz, ganz sehr cool aus, aber das Gespräch mit Nina fand ich ein bisschen doof. Ja. Vor allem, dass sie dann so drauf eingeht, oh, du hast irgendwie nichts, äh, bist jetzt ganz alleine und bekommst nichts hin und so. Ja. Ich mochte Nina noch nie als Figur. Ich find, die ist ein bisschen langweilig. Ich fand die Szene aber cool, weil ich's immer mag, wenn wir Frenchie sehen. Weil ich mag ihn halt sehr gern. Aber ich versteh, was sie meint. Aber sie nennt ihn dann auch ein Monster und ein Mörder. Ja. Und das ist ja offensichtlich, wie er sich dann selber auch sieht. Ja. Weil das ja eigentlich sein Bild ist von ihr. Ja. Genau. Und dann Schnitt zurück und wir treffen auf Tala. So heißt sie zumindest, glaube ich. Tala, okay. Ähm, Amazon X-Ray. Ja, die sagt nicht wirklich viel, außer Kimiko und sie schauen sich an und dann greift sie sich weiter an. Ähm, Kimiko versucht das aufzuhalten und dann kommt Frenchie von hinten mit der Waffe, wo sie dann wegrennt. Ja. Ja. Ich glaube, du hast recht. Also ich, ich hab mir die Szene aus der letzten Folge nochmal angeguckt und ich glaube, du hast recht, dass das sowohl das gleiche Mädchen ist, mit dem Kimiko in dem Flashback kämpft, als auch das gleiche Mädchen, das auf diesem Bild bei der Truthcon ist. Ja. Weil diese Narbe halt so auffällt. Ja. Also ich glaube, du hast es richtig vorhergesagt. Ja. Und, ich meine, das zeigt ja auch ein bisschen auf, dass das innerhalb dieser Shining Light, äh, Army, ja auch so Bespaßung gewesen sein muss, dass die gegeneinander kämpfen. Wahrscheinlich, ja. Oder so eine Art von, von brutalstem Training, sadistischem Training. Oder das, ja. Und, ich meine, da sehen wir sie ja auch, wo sie gefunden wird, in diesem Käfig und mit ein paar Leuten, die da irgendwie Poker spielen, davon anders. Genau. Also das Setting erinnerte sehr an das Setting, in dem wir zum ersten Mal Kimiko treffen, weil da sind ja die Matratzen auf dem Boden und so. Genau, ja. Mich, ich fand's irgendwie schade, dass die, dass das nicht weiter angeschaut wird, was da passiert. Also, die werden ja jetzt ja nicht nur irgendwie Zeug in Kaffeekisten schmuggeln da, sondern, da muss ja irgendwie mehr gewesen sein und das wird dann einfach gar nicht mehr gezeigt. Das ist dann einfach, da ist die Szene dann vorbei. Die führt uns nicht so ein bisschen. Ja. Wir, wir haben ein bisschen diesen Konflikt, dass, ähm, Kimiko nicht drauf eingehen will, wer das war und woher sie sie kennt. Ähm, und einfach nur mit dieser, mit dieser Gegenfrage kommt, ja, wo bist du überhaupt hingerannt? Und das war's dann. Mhm. Ja, find ich, find ich doof. Ja. Ja. Ja, ich hab auch nichts mehr zu der Szene. Ähm, genau, dann haben wir den Cut zurück zu Butcher und Ryan, die, ähm, Fußball spielen. Ähm, und Butcher erzählt, wie er mit seinem Bruder das früher immer im Pub gespielt hat, während sein Vater sich betrunken hat. Ja. Und da sieht Ryan so ein bisschen die menschliche Seite von ihm und ich find's auch irgendwie schön, dass Butcher ihn nicht gewinnen lässt. Mhm. Weil jeder im Warttower ihn gewinnen lässt und da alles irgendwie langweilig ist dadurch. Ja, verständlich. Ähm, aber da hat er ja irgendwie eigentlich alles, was er will, das sagt ja auch Homelander irgendwann mal. Warum musst du weg, wenn du eigentlich hier alles hast, was du willst? Ja. Ja. Genau. Und dann, ähm, erzählt Butcher ja, dass er von Ryan Safe, dass er ihn gesehen hat im Fernsehen. Ja. Und, ähm, dass er ja ganz toll war und seine, seine Lines alle hinbekommen hat und dann redet halt Ryan drüber, was da wirklich passiert ist. Also muss das ja schon ganz schön zusammengeschnitten sein und gar nicht so an die Öffentlichkeit rausgetreten sein, dass der den da umgebracht hat. Eigentlich schon, weil Butcher ja nachfragt. Weil Butcher dann ja fragt. Ja. Genau. Und weil Ryan sagt ja, ja, er hat jemandem wehgetan ähm, und Butcher fragt dann, ob der wieder, ob der wieder wird. Ja. Kann natürlich auch sein, dass Butcher bewusst einfach auf dumm tut. Aber ich glaube eher, dass deine Theorie stimmt, dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt, dass er den gezermatscht hat. Ich meine, das sollte ja family-friendly sein. Ja, stimmt. Stimmt, die durfte ja nicht mal Schimpfwörter sagen. Ich erinnere mich, ey. Ich finde auch lustig, dass Butcher mit dem obligatorischen B-Bchen in der Hand Ja, natürlich. Ja. Und, äh, ein bisschen awkward, auch wie er da versucht mit Ryan zu sprechen, merkt man, dem ist das selber ein bisschen unangenehm, er macht das nicht so oft. Ich finde es süß. Ja, ich finde auch, ich mag die, aber das ist genau das, was Ryan ja auch irgendwie, ja, sorry. Das ist das, was Ryan irgendwie auch so gut findet an dieser, äh, Interaktion. Ja. dass Homelander, ähm, ja, einfach gesagt hat, ja, boah, don't care, ähm, kann ja egal sein, was mit dem ist, war ja ein Bösewicht. Ja, genau. Und, ähm, Ryan wollte ja eben, dass jemand kehrt, und ihm selber ist das ja auch nicht egal, und deswegen, finde ich, ist das eine ganz wichtige Szene zwischen den zwei, wo Butcher dann ja wirklich drauf eingeht, obwohl er ja vielleicht weiß, dass, dass da was passiert. Er fragt das ja auch sehr vorsichtig. Ja, und ich, ich finde, dass es für Butcher eine sehr schöne Szene ist, weil er auch über seinen Bruder redet. Mhm. Ich hab natürlich auch einen kurzen Exkurs zu seinem Bruder vorbereitet. Ja. Nämlich der kleine Bruder von, ähm, von Billy Butcher heißt Lenny Butcher. Butcher hat ihn als Kind immer beschützt, das kommt ja gerade auch in dieser Szene raus. Ähm, vor dem Alkoholikervater und Lenny war aber immer der, der Butcher auch beruhigen konnte und ein bisschen beeinflussen konnte und davon abhalten konnte, diese Leute irgendwie total fertig zu prügeln. Ja. Ähm, Lenny hat diese Misshandlung vom Vater nicht gut überstanden und hat sich irgendwann deswegen umgebracht und wir haben ihn einmal schon gesehen, in der der Flashback-Butcher-Szene die Mindstorm, auch ein ehemaliges Mitglied von Payback, was Soldier Boy dann töten möchte und auch tötet, ähm, die Mindstorm bei Butcher ausgelöst hat. Und es gibt eine Szene bei Butchers Tante, wo er mit Hughie ist, wo sie dann auch über Lenny sprechen und wo dann auch eben rüberkommt, Lenny war der Weichere, Lenny war der, der, ähm, einmal Butcher davon abgehalten hat, auf dem Schulhof einen Jungen tot zu prügeln und so. Und dass er sich wirklich hier zum ersten Mal so ein bisschen über diesen Bruder öffnet und über den redet, das fand ich schön. Wir haben das doch schon mal irgendwann, wo er über den Bruder redet. In dieser Staffel noch nicht, in dieser Staffel nicht, aber es gibt, in der dritten. Es gibt einen Arc, auch mit seinem Dad, wo er auf den auch wieder trifft und mit dem ein bisschen wieder aufräumen, da wird das Ganze auch ein bisschen aufgearbeitet. Und da hängt auch die Tante mit drin, das ist, glaube ich, der Arc, ja. Genau, und Ryan geht ja dann darauf an, äh, einen, was Butcher damals zu ihm gesagt hat und sagt, ja, ich würde mich auch nicht wollen. Das lehnt er dann ja voll ab und sagt, dass es ihm leid tut, was er damals gesagt hat und dass er irgendwie ein schlechter Mensch ist und dass er vorher ja gelogen hat und eigentlich schon Schiss hat vorm Tod und dass er alles verloren hat und jetzt wenigstens möchte, dass er mit Ryan dann alles richtig machen kann nochmal, ja. Und dann haut er die Kekse weg, weil zu viel Zucker drin war. Ja, ja. Ja, ganz, das fand ich komisch. Die standen zwar vorher so noch im Raum als so eine Anbahnung, ja, aber da seid ihr dann extra... Ja, das ist halt, jeder checkt so ein bisschen. Ja. Und Ryan spricht das ja dann auch noch extra an. Das fand ich zu offensichtlich. Ja. Das ist halt ganz komisch. Ja. Ich weiß nicht, ob das nochmal wiederkommt auch. Dass er die weggekippt hat? Ja. Ja, ich glaube das... Ich glaube nicht. Dass Ryan das auffällt? Glaube ich nicht. Wenn, dann wird's, erzählt er es ihm irgendwann, aber... Ja. Ich hab noch ein, zwei Punkte da. Zum einen interessante Parallele, dass Ryan eben hier sagt, ich kann verstehen, dass mich niemand will und auch dieses Liebesproblem, das ja Homelander hat. Homelander kann ja nicht genug Liebe bekommen und auch Ryan fühlt sich hier ein bisschen unbeliebt und... oder ungeliebt und dadurch, dass Butcher ihm jetzt zeigt, hey, dich mag wer, kann man natürlich dann gut erklären, warum er irgendwie doch zur guten Seite kommt und sowas und umgekehrt auch Homelander und Butcher haben eine Parallele und zwar Butcher redet auch über seine Legacy, was von ihm hinterbleibt. Fand ich auch schöne Parallelen irgendwie sehr, sehr interessant. Genau. Hast du noch was? Deswegen, mir hat die sehr gut gefallen. Ja, ich fand die auch sehr schön. Die war wichtig. Ja. Und dann haben wir einen Cut zu Homelander, Sister Sage, Ashley und Annika, die in Ashleys Büro sitzen. Mhm. Genau. Und da gibt's diese Befragung. Mhm. Ja. und es geht drauf, dass Annika eben eine Mitarbeiterin bei Wort ist, die anscheinend Zugriff auf dieser Server hat, also im Kreis der Leute ist, die irgendwie der Leak sein könnte. Und auch sie haben wir nämlich genau in solchen Momenten, wo es um Tracking ging, schon zweimal gesehen. Genau. Sowohl bei der Suche nach Translucid in Staffel 1 als auch bei der Suche, wo Noir Butcher sucht in Staffel 2 oder 3. Deswegen ist sie auch keine ganz neue Figur. Ja. Und es geht so ein bisschen drum, dass sie nicht wirklich Freunde waren und mal vielleicht so ein Almond Joy geteilt haben, also so ein Nussriegel. Das ist auch der, den sie Black Noir irgendwann in den Mund schieben. Stimmt, weil er ja allergisch ist. Genau. Ich hab mich gefragt, wer teilt sich denn so ein Nussriegel in der Arbeit? Was ist denn los mit dem? Und gleich ein paar Mal. Also das ist ja jetzt nicht so viel, dass man ja nur einen Halben will. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich hatte auch noch keine Almond Joys, dass ich wüsste, ob man da nur einen Halben verträgt. Ähm, genau. Und sie hat da wohl angerufen beim Starlight House und wollte da aber irgendwie Kleider abgeben oder Kleider spenden. Und da hab ich mich dann gefragt, was macht dieses Starlight House eigentlich alles? Also es ist ja eigentlich vor allem dafür ausgeschrieben, dass sie sich um Obdachlose und um Kinder mit schwierigem Erziehungshintergrund kümmern. Ja, genau. Sond ich. Ja, da können so Kleiderspenden schon irgendwie mal praktisch sein, aber Ja, die machen schon viel. Ja. Genau. Und ähm, dann geht's ja drum, dass sie ruhig irgendwie ehrlich sein kann und dass ihr nichts passiert und Homelander schwört sogar auf seinen Sohn und sie sagt dann, ja, also Starlight hat sie angerufen und wollte, dass sie ihr hilft beim Tracking Laser. Und dann ähm, ist sie halt tot und ja, ich fand das doof. Ich fand das doof. Das ist auch mega doof, das ist halt ein Weg, um Adrien zu schützen. Aber ging's da um Adrien? Nee, nee, also äh, es ging nicht direkt um Adrien, aber ich glaube, dadurch, dass sie jetzt nicht wissen, wer wirklich das Leak war, ja, wir suchen sie nicht mehr weiter und Adrien praktisch weiterhin bedeckt. Ja. Ich glaube, deswegen hat man das jetzt so konstruiert, dass sie sie halt direkt tötet. Weil wahrscheinlich hätte sie irgendwie gesagt, ja, ich hab ihr halt geholfen, irgendwas einzupacken. Also, zwei Sachen dazu. Zum einen deutet das zusätzlich noch so einen Konflikt zwischen Sister Sage und Homelander an. Der halt schon die ganze Zeit ist. Der halt schon die ganze Zeit ist, aber der hier nochmal auf einem Hoch ist. Er sagt ja auch, äh, maybe I'm petty like that. Ja, also er provoziert sie ja auch dadurch ein bisschen. Das ist schon mit Absicht auch. Ja. Und wieso ich's eben vor allem doof fand von ihm, der Satz, den sie sagen will, ist ja, she wanted some help tracking. Hm, hm. Ja. So, sie hätte jetzt den Namen von der Heldin oder dem Helden gesagt, die Starlight tracken möchte. Ja. Und in dem Moment wird sie gekillt. Und das wäre voll die sinnvolle Information für sie gewesen. Und ich gehe schwer davon aus, dass es Firecracker ist. Weil wir in der Szene danach sehen, wie Starlight dann da ist. bei Firecracker ist und auf sie wartet und weiß, dass sie gleich reinkommt. Mhm. Das wäre stimmig, finde ich, weil da führt man wieder ein paar Sachen zusammen und macht sozusagen diese Szene, wie Felix gesagt hat, als Erklärbär-Szene so ein bisschen für verschiedene Fakten. Ja. Aber ich fand's jetzt auch, irgendwie hätte es nicht gebraucht. Ja, das stimmt schon. Ähm, und dann gehen die ganzen anderen einfach. Also, ähm, Sage und Homelander gehen einfach. Und lassen die Leiche da liegen bei Ashley. Und, ja, ist jetzt halt Ashleys Problem. Hat ja sonst keine Aufgaben jetzt mehr. Außer Ryan suchen. Und, dann, schreddert Ashley ihre Kündigung, die sie schon fertig geschrieben und gedruckt hat. Da ist mir aufgefallen, die hat ein Wort Schredder. Echt? Ja, ist ein, ein Wort eigener Schredder. Ähm, scheinbar stellen sie die auch her. Ja, dann haben wir die Szene fertig. Haben den Cut. Und sind immer noch im Wardtower, wo dann, wie du gerade eben angesprochen hast, ähm, Starlight auf Firecracker in ihrem Zimmer wartet. Und da gab's wieder ganz viel anzuschauen. Ja, das Zimmer ist wild. Das fand ich. Also, sie sagt, ja, dass sie hasst, was sie mit dem Platz angestellt hat. Weil das ja, ähm, Starlights altes, altes Zimmer ist, wo sie jetzt durchs Fenster reingeklettert ist. Mhm. Hab ich mich auch gefragt, okay, sie kann jetzt zwar fliegen, aber das ist ja jetzt auch nicht unauffällig, wenn sie da rumfliegt. Und jetzt hab ich auch gedacht, dass dann da durchs Fenster reinfliegt. Mhm. Naja. Komisch. Ja. Das Zimmer ist ganz schlimm, ne? Ja, also, das ist wirklich grauenhaft. Also, ganz ehrlich. Es ist ja diese Marmor-Wende. Wie selbstverliebt man sein kann mit diesem ganzen Tüfe, ein Firecracker steht auf so einer Bombe. Dieses Bild von ihr selbst mit dem Bär und dem Velociraptor. Das war mega. Ja, das fand ich witzig wieder. Ja. Dass sie da, sie ihre Arbeit reingesteckt haben, das zu Photoshoppen und so. Ähm, aber das restliche Zimmer, diese Marmor-Wende und Säulen und dann diese Kronleuchter mit diesem Geweihen, die passen ja mal gar nicht zusammen. Dann hat sie so einen Wildschweinkopf, der an der Wand hängt und diese goldenen Lampen mit so einer AK und dem Lampenschirm obendrauf. Ja, ganz schlimm. Ja. Also, da verstehe ich Starlight, dass die Kritik ist berechtigt, dass das Quatsch ist. Sie hat auch eine ausgestopfte Schlange auf dem Tisch rumstehen. Ja. Und Starlight will im Endeffekt wissen und konfrontiert sie warum, was hast du eigentlich gegen mich? Was hab ich dir getan? Und dann ist Firecracker überrascht und sagt, du erinnerst dich wirklich nicht. Und ähm, dann erzählt sie eben die Geschichte darüber, wie sie zusammen drei Jahre lang auf dieser Beauty-Pageant-Sache unterwegs waren und dann in diesem Finale zusammen waren und Starlight dann dieses Gerücht verteilt hat, dass sie einen Anal-Gang-Bang mit der Jury hatte. Ja. Und als dann die 13-Jährige damals, ähm, Sparkler, ähm, sie drauf angesprochen hat, hat sie nur gemeint, dass sie nicht mit Fat Sluts redet. Ja. Ähm, ja, also schon echt richtig heftig. Und das, ich weiß nicht, das passt nicht zu diesem, diesem Bild, was wir von der frühen Starlight aus der ersten Staffel haben, wo sie so super naiv ist und, ähm, eigentlich voll lieb. Ja. Ich weiß nicht, ich meine, gut, da ist nochmal ein Unterschied da und, ich meine, dann wird sie ja auch irgendwie 13 gewesen sein zu dem Zeitpunkt und zu dem Zeitpunkt ist sie dann ja später irgendwie vermutlich eher so um die 25 bis 30. Ja, aber trotzdem. Ja, dass sie da so, so ruthless ist, finde ich irgendwie, passt nicht so in den Charakter rein. Also das war für mich aus mehreren Gründen der Tiefpunkt dieser Folge. Ja. Weil zum einen eben genau das, was du sagst, es fühlt sich out of character an, finde ich. Dann auch die Geschichte, wie da Starlight reingekommen ist, hat mich auch gestört. Ja. Und ich finde es doof, dass man Firecracker jetzt so eine komische Fede gibt, so einen Grund, eine Vendetta. Genau, so einen Grund für diese Kampagne gegen Starlight, weil ich hätte es viel spannender gefunden, wenn es eben wirklich so ihre Werte sind, wenn es nur um eine Wertedebatte geht oder so. Und das ist wieder so ein Punkt. Deshalb persönlich. Genau, und das ist wieder meiner Meinung nach was, wo The Boys sich selber parodiert mit dieser Backstory, dieses, ho, now it's personal. So, das ist was, was es früher, glaube ich, so nicht gegeben hätte und es wirkt extrem nach Marvel im Nachhinein reingeschriebene Konflikte mit Figuren, die es eigentlich beim Entwurf der frühen Staffeln noch gar nicht gab, aber die irgendwie Backstory zusammen brauchen und deswegen legen wir das so hier rein. das weiß ich nicht, das fühlte sich nicht gut an und es nimmt halt irgendwie Firecracker, die eh schon eigentlich nur ein Vehikel ist, noch mehr von ihrer Figur, weil im Prinzip ihre ganze Charaktermotivation jetzt ist, ich hasse Starlight. Ja. Ja. Und das, das sagt sie ja auch genau so, dass sie dann deswegen ja aufhören musste mit diesen Schönheitswettbewerben Sachen und, ähm, jetzt eben der Welt zeigen will, wie die Starlight ist, die echte Starlight, die ihr das damals angetan hat. Was ich ja verstehen kann, so, in ihrer Story ist das schlüssig, aber wie die Story da reingebastelt ist, finde ich, finde ich weird. Auch, dass es diese Szene geben musste und sie die nicht erkennt. Ja, also das, da habe ich mir auch gefragt, wie doof ist denn jetzt hier Starlight, dass sie die nicht erkennt? Vor allem von, wie, äh, Firecracker, also, von Cracker zu Firecracker? Ja, Sparkler. Sparkler zu Firecracker. Ja, das hat jetzt nicht so krasse Unterschiede. Weiß nicht, also Starlight leidet ein bisschen unter dieser Staffel. Ja, wirklich. Ich finde auch, so zwanghaft unsympathisch, also, man kann ihnen erzählen, dass sie auch durchdreht und radikal wird, aber, ja, nee, drauf. Ja, und ich finde es immer auch ein bisschen langweilig, also, auch wie die schon wieder gesprochen haben, habe mich schon wieder so angekotzt, so diese Exposition Talk, also, ich meine, es muss nicht immer nur hier krasse Action und Blut sein, aber, es gibt, wir hatten ja diese Ryan Szene zum Beispiel, es gibt so schöne Dialogszenen und so spannende Dialogszenen. Ja, ich fand schön, dass es nicht so ein Kampf war, dass sie reinkommt und sie fangen sofort an zu kämpfen und so reden sie während dem Kämpfen, das war schon mal gut, dass es das nicht war. Trotzdem, aber nächster Punkt, ich finde das ein bisschen, wird ein bisschen sehr viel genutzt und da, wenn es so weitergeht, frage ich mich echt, dass einfach Figuren oder Gegner treffen sich, aber kämpfen nicht miteinander, sondern haben nur so ein kurzes Gespräch, wir hatten ja dieses Butcher Homelander in der ersten Szene, da hat es so gut funktioniert und dann hier Newman, Huey, was weiß ich, aber jetzt immer und immer wieder einfach ohne Folgen Begegnungen zu haben, auch schon in der letzten Folge die Begegnung mit Firecracker, wo dann sie sie haben laufen lassen, ich finde das einfach immer so ein Waste, weil ich mir denke, keine Konsequenzen, das schadet, es muss halt vorangehen und die Serie macht derzeit nicht so einen Schritt nach vorne, sondern verstrickt sich wieder in irgendwelchen persönlichen Einzelhandlungen. Stimmt, genau und ich finde, das hat mich voll schockiert, als, also sie geht ja dahin mit dieser Intention und konfrontiert sie und sagt, jo, hier, was habe ich dir überhaupt getan und dann hat sie voll das Schlimme getan und dann, oh, hier, tut mir leid, ich war voll jung und dann geht sie wieder. Ja, wie soll man sich das vorstellen, sie geht einfach wieder aus dem Tower, also, ja, das habe ich mich auch gefragt, ich, einfach, also, Firecracker verlässt sie einfach den Raum wieder, ja, da ist dieser Moment, da steht sie da und ist so geschockt irgendwie und sie sieht so ganz schlimm aus, weiß nicht, naja, vom, vom Gesicht her einfach irgendwie, ja, naja, kommen wir zu einer Szene, die mehr Spaß macht, kommen wir zum dritten Drittel und, ähm, zu der, zu der längsten Sequenz in meinem Drittel, ich habe sie Ice Ice Baby genannt, es ist diese Wort-on-Eis-Geschichte, die schon lange angeteasert worden ist, das Ganze ist im Prinzip eine Parodie auf Disney on Ice und auf Starlight Express und wir haben ganz starke Parallelen zu diesem Rogers The Musical aus dem MCU, wo die, wo das Leben von Steve Rogers auch als Musical umgesetzt wird, das ist sehr nah da dran, finde ich, und wir haben hier jetzt eben eine Trainingssequenz, wo das Ganze sozusagen wahrscheinlich für, ähm, eine Aufführung um Weihnachten rum dann geübt wird. Genau, ganz kurz, nämlich zur zeitlichen Einordnung, und das war mir auch nicht so bewusst, äh, ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwann nach diesen Präsidentschaftswahlen spielen, die ja so traditionell eher im Herbst sind, ja, und aber noch vor Weihnachten, weil sie üben ja auch noch, ich finde, ich habe bisher nämlich auch noch keine Weihnachts- oder Kältestimmung für Winter, aber es geht auf jeden Fall auf den Winter zu, weil später sieht man auch noch ein Plakat, dass das jetzt dann irgendwie startet, also, oder, oder auch nicht startet, oder auch nicht, ja, genau, in dieser Übungssequenz haben wir so eine wilde Tanzgeschichte, wo alles vermischt wird, also wir haben Queen Maeve und Homelander drin, es sind aber auch die Heiligen Drei Könige, Josef, das Jesuskind und eine sehr übersexualisierte Maria, und so ein Esel, der von zwei Figuren gespielt wird, und wir haben natürlich auch wieder ein Product Placement, wenn Queen Maeve zu so einem Kaffeestand geht, und von welchem Kaffee ist der Kaffeestand? Jitter Beans, und das ist halt auch irgendwie so ein Starbucks-Verschnitt wieder, und der Typ, der da arbeitet an dem Starbucks-Stand, an dem Jitter Beans-Stand, der fährt dann auch mit die Runden, und ist auch Teil der Choreo, also richtig schön drüber wieder, das Lied, was läuft, heißt ja auch Let's Put the Christ Back in Christmas, wo es... So ein Ohrwurm davon. Ja, genau, es bleibt sehr hängen, wo es dann auch wieder um dieses klassische Anti-Wokeness-Ding, dieses sehr konservativ-kirchliche, was bei den Vote-Fans eigentlich immer mitschwingt, das steckt da auch mit drin, und das ist irgendwie schön gemacht, weil wir erst nicht sehen, dass die Ränge leer sind, sondern erst sehen wir nur die Bühne, und wir sehen, wie diese Queen-Mave-Darstellerin da tanzt, und so, und nach und nach erfahren wir dann, dass es eben eine Übungssequenz ist. Die ersten paar Sekündchen dachte ich, dass die die echte Queen-Mave ist, die sich jetzt abgesetzt hat, und das wäre auch funny. die Eiskunst laufen macht. Was ein kleiner Fun-Fact ist aus der Produktion, da haben sie wohl 250.000 so kleine Glitzersteinchen auf diese Kostüme geklebt, damit die so leuchten und glänzen. Ja, das ist funny. Da steckt sehr viel Liebe fürs Detailrennen, auch diese Choreos, die ja echt sind, und die Musik, die extra dafür gemacht worden ist, das ist cool. Und das spielt ja, also das haben sie aufgenommen irgendwo in Kanada, und ein Großteil dieser Schauspieler, die da eben diese Eiskunstläufer spielen, sind so olympische Eiskunstläufer, die da eigentlich gerade so auch parallel für die olympischen Wettkämpfe trainieren. Deswegen haben die auch so diese Spins drauf. Ja, stimmt. Ja, muss man ja können, auf jeden Fall. Und die Choreografin ist die gleiche Choreografin, die schon diese lange Tanzsequenz in der letzten Staffel von Supersonic gemacht hat, dem Freund von Starlight, der dann später von Homelander getötet wird auch. Genau, wir sehen dann, dass MM und Huey auch da sind, verkleidet als Putzkräfte, wo ich mir dann wieder denke, müsste nicht jeder wissen, wie ihr ausseht, weil es ist ja geleakt worden, wie ihr ausseht, aber gut. Ja. Also ich finde, was hält Wort... Also auf diesem Recap-Video zum Beispiel auf Wort International, dem YouTube-Channel, da sieht man auch, aber die halt nur so ganz kurz, und da kann man sie auch nicht erkennen. Aber was hält Wort auch davon ab, Bilder von denen zu veröffentlichen? Ja. Also... Ja. Also das ist schon echt Quatsch. Okay. Ähm, sie haben die Infos von A-Train gesteckt bekommen, hier erfahren wir jetzt auch, dass A-Train für die Boys arbeitet, dass er sozusagen Ja gesagt hat, auf das Angebot von MM, und sie wollen eine Wanze platzieren, um bei einem Treffen von Newman und Homelander zuhören zu können. Huey regt sich natürlich ein bisschen auf, dass A-Train, ähm, jetzt Quelle ist, jetzt für sie arbeitet, aber er kann auch nichts dagegen machen, zumal auch alle anderen, ja, wie Felix eben gesagt hat, einfach nicht da sind, weil sie halt ihre Solo-Quests so ein bisschen haben, und deswegen müssen die zwei das dann alleine machen. Ja. Ich hab mich hier so ganz kurz ein bisschen gefragt, dass, das, ob MM sein Team halt nicht unter Kontrolle hat, er sagt ja auch, ich bin der Boss, und wer sagt, er ist der Boss, oder wer das sagen muss, der ist kein guter Boss. Whoever says I'm the King, is no true King. Und alle sind weg, obwohl anscheinend ausgemacht war, dass sie da sind, ähm, ja. Deswegen muss dann Huey in die Luftschächte kriechen und die Wanze platzieren. Er sagt natürlich direkt am Anfang schon, boah, es ist heiß hier. Anteasern von dem, was später noch eine Rolle spielt. Ähm, wir merken dann währenddessen schon, dass Newman früher kommt als geplant und Fotos mit dem Cast macht, wo da auch nochmal ein bisschen die Dynamik mit ihrer Tochter eine Rolle spielt, aber ist eigentlich, eigentlich nicht so wichtig. Ähm, und dann sehen wir, dass auch Homelander und Sister Sage schon früher da sind und eben genau in dem Moment, wo Huey in den Rohren über ihnen ist und die Wanze hinlegen will, tauchen die beiden dann auf und er kann natürlich nicht zurückgehen, weil es sonst zu laut wäre in diesem Ding. Ist zwar ein bisschen konstruiert, fand ich aber irgendwie cool. Ich mochte dieses, er sitzt da live dabei und ist in so einer Angstsituation. Äh, Sister Sage ist eben überraschenderweise auch dabei und wir sehen die ganze Zeit im Hintergrund Vortcoin-Werbung. Das ist die Kryptowährung von Vort, ähm, wo man dann auch irgendwie Homelander-NFTs mitkaufen kann und so. Also, hab ich ein bisschen mich reingelesen, da gibt's anscheinend auch viel dazu. Und wir erfahren dann im Gespräch zwischen Newman, Sage und Homelander im Prinzip diesen großen Masterplan. Nämlich, dass Newman Präsidentin werden soll, Vort will sich dann um Singer kümmern, damit sie nichts machen muss. Mhm. Sie soll dann das ganze kritische Denken gegenüber Vort auf allen Ebenen und gegenüber den Superhelden und Heldinnen auf allen Ebenen verbieten. Also in der Schule, sie soll dieses Büro abschaffen, von dem sie Chefin war und so weiter. Sie soll sich darum kümmern, dass ein Held oder eine Heldin in jeder Stadt ist und Macht über die Polizei hat und so. Und Homelander fügt dann an diesen sehr durchdachten Plan von Sister Sage hinzu und am Ende outest du dich als Soup. Und Sage schaut so ein bisschen so, oh, das war aber nicht unser Plan. Wieder so ein bisschen die Differenz zwischen den beiden. Genau, zum einen lässt. Ich hab mich dann über gefragt, ob Sister Sage weiß, dass Newman... Wahrscheinlich, ja. Sister Sage weiß ja alles. Die weiß alles, ja. Jetzt schon. Spätestens jetzt. Und sie sagt doch, sagt nicht Sister Sage sogar vorher, wir kümmern uns um Singer, dass du nicht poppen musst. Genau, ja. Stimmt. Ich glaube, ja. Und Homelander nimmt dann, weil Newman sich eigentlich nicht outen will, so ein bisschen die Tochter Zoe als Argument. Ich denke, deswegen haben wir sie auch gerade vorher nochmal gesehen, um das so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, dass es sie gibt und dass dann Newman ein richtiges Vorbild sein soll und eine Welt für ihr Soup-Kind erschaffen soll und so weiter. Natürlich tropft Huey ein kleiner Schweißtropfen von der Nase direkt auf Homelander's Suit, weil es ein bisschen so diese Mission Impossible-Vibes hat, finde ich, weil er dann da hängt auch und schwitzt. Und Homelander riecht dann, dass es Huey ist. Das mochte ich, dass er das gleich erkennt und lasert dann in den Tunnel oben rein und Huey kann gerade noch weg. Und es ist eine super lustige Szene, wie Homelander's Kopf dann so in diesen Tunnel fährt. Wäre so, wup, genau, genau. Ich fand das super. Ja. Ich fand das sehr, sehr lustig. Okay, nochmal angeschaut. Newman will nicht, dass Huey getötet wird, weil das Team dann ihre Identität als Soup outen kann, aber Homelander ist es egal und er nookt einfach da die ganzen Gänge weg und schießt überall rein und so. Und gerade so schafft es MM, ihn dann noch zu blenden, bevor er eben Huey treffen kann. und deswegen geht der Shot von Homelander in die falsche Richtung, nämlich in Richtung der noch immer probenden EiskunstläuferInnen und er zerschießt einfach die Darstellerin von Queen Maeve in der Mitte durch und dann bricht eine Massenpanik aus, die relativ lang gestreckt stattfindet und die wir dann parallel zu der Flucht von Huey als Montage sehen, wo dann die ganzen Darstellenden flüchten und sich aber gegenseitig mit ihren Schlittschuhen mit ihren Schlittschuhen die Hälse aufritzen und über die Finger fahren und so. Ich hab eh Angst vor Eislaufen, jetzt werd ich nie wieder Eislaufen. Und ja, ich fand's ein bisschen drüber, weil da einfach, es ist richtig gut choreografiert gewesen, also wirklich wie dann das Blut spritzt und da ist es auch wirklich echtes Blut und kein CGI-Blut. Das mochte ich sehr gerne. Also nicht echtes Blut, Kunstblut. Entschuldigung, echtes Kunstblut. Ich find die Finger gut, aber das, wo er so über die Barriere drüber springt und dann den Hals durchschneidet. Das war ein bisschen viel. Das war auch wieder so ein bisschen eine coole Szene in dieser Folge drin haben halt, die aber nicht so einen riesigen Sinn hat. Weil der Fokus ist eigentlich bei Huey, der halt flüchtet. Wir sehen dann kurz, dass Sage und Newman auch abhauen. Homelander jagt Huey dann, aber Huey wird von Atrean gerettet und in irgendeine Gasse, in irgendeine Seitengasse ein bisschen weiter weggebracht, wo eben auch Werbung für Wort on Ice direkt daneben hängt, ironischerweise, weil wir schon wissen, das wird wohl nichts mehr. Und ja, da haben wir ein kurzes Gespräch zwischen Atrean und Huey und Huey ist nicht so richtig überzeugt davon, dass er jetzt auf der Seite steht, aber Atrean atmet nur schwer und geht zurück und vermutlich rettet er dann MM. Also ich mochte die Idee, Wort on Ice einzubringen. Ich hätte es auch gerne noch ein bisschen größer gesehen, also ich finde, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass das nur eine Übung war und kein volles Stadion, weil dann hätte ich mir nochmal mehr Chaos vorstellen können. Dann hätte man es hier noch ein bisschen länger machen können. Dann hätten sie sich aber vermutlich nicht da getroffen, um es zu quatschen. Ja, aber wenn die in so einem abgeschlossenen Box für Vips sind oder sowas. Und ich finde aber trotzdem auch, es spricht sehr für die Serie, dass sie es halt mittlerweile sich leisten können und auch gut gemacht kriegen, dass in diesen Folgen, die eigentlich nicht für einen großen Moment bekannt sind, trotzdem so gut choreografierte und aufwendige Actionsequenzen stattfinden. Also das mochte ich schon gern. Noch ganz kurz, weil der Homelander Huey nicht so genau sieht in diesen Röhren. Zum einen kann man das begründen, es ist so heiß da drin. Zum anderen ist anscheinend, in einer der ersten Staffeln kommt es ein bisschen raus, dass er nicht so richtig durch Zink durchsehen kann. Ah, okay. Und dass halt wahrscheinlich diese Röhren meistens eben da sehr viel Zink da drin verarbeitet ist und deswegen kann er es nicht so genau sehen. Er hat ja so X-Ray. Als Erklärung, genau, weil er hat ja eigentlich X-Ray-Maschen. Aber dann kannst du ja nicht durch Metall dichten, oder? Ja, zumindest nicht durch Zink, wenn wir das so kennenlernen. Durch Zink nicht, aber durch Anlass. Wollte ich nur anmerken, dass das auch hier Sinn macht. Die nächste Sequenz habe ich genannt, Alkohol löst auch keine Probleme. Wir sind im Hauptquartier. Wir haben wieder so einen schönen Establishing-Shot bei Nacht, wo auch Wort-on-Eis-Werbung an so einem Bus dran ist. Man sieht, dass es bei Nacht besser aussieht als bei Tag, weil da erkennt man nicht so, welche Sachen mit CGI eingefügt sind, auch wenn es bei Tag trotzdem cool aussieht. Starlight sitzt schon da und trinkt und Kimiko und Frenji kommen von ihrem Einsatz aus dazu. Und das ist jetzt, fällt mir gerade auf, die Szene, auf die Daniel eben angespielt hat, wieso es bei Frenji dann so Badeenten und so sind, die statt dem Blut aus den Leichen rausfliegen, weil Frenji so eine Kindheitsgeschichte erzählt mit der Message, es ist so ein bisschen schön, unbekümmert zu sein und sich keine Sorgen machen zu müssen. Das fängt so ein bisschen klischeehaft an. Er setzt sich so hin und sagt so, when I was a boy. Das hat mich an so eine, ich will nicht zu weit abschweifen, aber es gibt in dem neuen Rebel Moon Film von Zack Snyder so eine Szene, wo sich einfach fünf Heldinnen und Helden an den Tisch setzen und so nacheinander so ihre Backstories erzählen und immer wenn eine fertig ist, sagt einfach die nächste Figur when I was a kid und dann siehst du so einen Flashback. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, aber ich fand es jetzt nicht schlimm, weil es hat ja in den Moment gepasst. Und er bringt dann auch so ein krasses Sartre-Zitat, wo er dann sagt, man is content to be free cause one's thrown into this world he is responsible for everything he does. Ich find beides so ein bisschen random einfach. Also man wollte ja eine Hintergrundgeschichte erzählen lassen und ein bisschen intelligenten Satz einworfen werfen, weil es passt. Die Geschichte war ganz cool, aber ich find es passt nicht zu ihm als Charakter, der sich ja nicht damit auseinandergesetzt hat, was er damals getan hat. So diese Verantwortung eben nicht irgendwie übernommen hat. Aber er tut es ja jetzt gerade, deswegen es passt zu den Themen, die ihn aktuell beschäftigen, finde ich schon. Das stimmt. Ja, und allgemein sind es eben auch Themen, die die anderen beschäftigen. Es geht ein bisschen um Unabhängigkeit und Eigenständigkeit und die drei haben so ein bisschen einen Bonding-Moment, was ich in der Hinsicht okay fand, weil wir, glaube ich, zwischen Starlight und Kimiko und Frenchy noch nie so was hatten und dass man sich die drei dann mal rauspickt, war eigentlich nicht schlecht und macht ja auch in der Chronologie, dass die jetzt alleine da sind, macht ja Sinn. Dann gehen, also Starlight geht vor, weil sie was von Hueys Gras klauen will und Kimiko und Frenchy geraten so ein bisschen aneinander, weil Kimiko vermittelt, ey, irgendwas stimmt doch nicht mit dir und wir wissen ja, woran es liegt, nämlich daran, dass er Collins Familie getötet hat. Er will das aber nicht mit Kimiko teilen und vermittelt auch so ein bisschen, ey, wir haben doch beide unsere Geheimnisse und so. Fand ich ein bisschen aus dem Nichts heraufbeschworen, der Konflikt zwischen den beiden. Also, ich verstehe, was sie damit sagen wollen. Ich verstehe, dass sie die so ein bisschen an ihre Grenzen bringen wollen, die Figuren, und dass sie jetzt beide ein bisschen Geheimnisse haben können. Aber ich hätte es jetzt nicht gebraucht. und letzte Folge war er auch noch so aufopferungsvoll und da hatten wir diesen Satz, den wir auch schon kritisiert haben, dass er doch, dass sie doch ihn verletzen soll und ihren Schmerz nicht an der Welt auslassen soll. Und dann jetzt ist es so hart, es passt auch nicht so gar nicht, aber okay. Ich habe die nächste Sequenz genannt, kranke Stimmung. Wir sind im Krankenhaus, man sieht sogar wieder Nachrichten von einem Elektrobrand in der Arena und deswegen ist Woldern Eis verschoben. Fand ich in der Stelle ganz nett. Ja. Und im Hintergrund ist ein A-Train-Plakat, wo draufsteht Speed to Recovery. Auch schön. Huey und seine Mutter treffen sich und es findet jetzt das statt, was ich mir ja schon früher gewünscht hätte, nämlich, dass sie drüber reden, wieso sie weg war. Und es kommt dann in einem sehr langen Dialog im Endeffekt raus, dass sie Depressionen hatte und einen Selbstmordversuch gemacht hat und deswegen geflüchtet ist, weil sie gemerkt hat, dass sie sich in diesem Leben mit Huey und dem Vater nicht wohlfühlt. Ja. Und, also ich bin zu dieser Szene extrem zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir, es ist halt ein mega wichtiges Thema über Depressionen zu sprechen und dass man das in so einer großen Serie macht und eben direkt adressiert, finde ich super, aber es wirkt für mich in dieser Szene so extrem klischeehaft, amerikanisch, überstilisiert, Tränendrüsen-mäßig, wenn dann auch so eine, so war so eine Dialogsteile kommt, wo sie sagt, people think depression is, but in reality is, das ist auch wieder so eine Art von Gespräch, die für mich eigentlich früher von The Boys irgendwie durch den Kakao gezogen worden sind. Also früher hat The Boys sich drüber lustig gemacht, dass Superhelden-Geschichten so bedeutungsschwangere, amerikanische, überzogene Dialoge haben und jetzt machen sie es halt selbst. Und nicht nur in einem Filmausschnitt, sondern in echt, ja. Genau. Ich fand halt die Erklärung, das hast du Daniel auch schon angeteasert, echt eigentlich ganz gut und fand den Moment auch nicht ganz interessant, aber ich fand auch, dass die Szene jetzt, war jetzt für mich nicht grandios. Es gibt schon einen halbwegs gerechtfertigten Grund an sich so, das erklärt schon, warum sie weg war und jetzt wieder auftaucht. Auf jeden Fall, vollkommen. Sehr stark sogar, ja. Das ist ein guter Grund, es löst die Lücke sehr gut, das schon, aber die Art, wie es delivered wird, hat mich ein bisschen gefühlt. Ein bisschen unhaltig. Ja. Auch, dass sie jetzt, also allgemein sie, als sie gut, dass sie da auftaucht wieder. Ja. Mal gucken, was sie jetzt noch mit ihr machen, weil ich hab so ein bisschen das Gefühl, eigentlich ist ja ihre Rolle jetzt fertig schon. Ja. Mal schauen, was dann noch kommt. Nein, entweder es ist so Konflikt zwischen den beiden, dass dann nochmal irgendwie was kommt und jetzt die Situation vom Vater sich verschlechtert und dann, ja, was weiß ich, oder es kommt noch mal mehr raus, dass sie vielleicht auch irgendwie bei Wort doch noch irgendwie auf irgendwas Zugriff hat, was sie brauchen könnten oder so. Ja. Aber sie wird nicht umsonst da sein. Ja, irgendwas, irgendwas wird schon noch eine Rolle spielen. Naja. Kommen wir zur nächsten Sequenz. Ich hab sie The Walking Dead genannt. Ähm, Butcher und Joe Kessler unterhalten sich wieder. Kessler ist sauer, weil Butcher das mit dem Betäuben nicht durchgezogen hat. Butcher vermittelt so ein bisschen die Gefühle, die er hat und dass er es glaubt, das so hinzukriegen, aber es wird klar, dass Kessler eigentlich Ryan am liebsten als Waffe einsetzen würde und dass er dann sagt, eigentlich muss man den Jungen entweder trainieren oder töten. Punkt. Und es gibt ja auch dann so eine Parallele, wo er sagt, wer ist mein Sohn, wer ist hart, aber ich würde es machen. Ja. Und so, ja. Ich hab, also es war ja nur eine ganz kurze Szene, man merkt, die haben eine schöne Energie, aber viel mehr ist da nicht drin. Aber ich hab zu dieser Szene eine sehr schöne Fan-Theorie gelesen online. Mhm. Die Theorie besagt, Kessler ist eine Figur, die bis jetzt nur in Szenen vorgekommen ist, wo nur er und Butcher drin waren. Gleichzeitig, genau, gleichzeitig haben wir gelernt, dass Butcher Visionen von Becker hat, was, wenn Kessler nicht echt ist? Was, wenn Kessler eine Figur aus, die eigentlich tot ist, aus Butchers Unterbewusstsein ist und die reden eben drüber, dass im Endeffekt zwei Standpunkte aus Butchers Kopf abgeglichen werden, dass Kessler die kalte, emotionslose Version ist und er ist das Emotionale. Fände ich cool. Ja. Es wirkt nicht so inszenatorisch, weil er schon als echte Figur inszeniert wird, aber finde ich interessant. Ja. Also vielleicht, vielleicht könnte man was ausmachen. Weil ich finde ihn als Figur ziemlich shit. Shit nicht. Ich finde, wir wissen nichts über ihn. Ja, wir wissen nichts über ihn. Er ist nur dafür da, das Pendant, den Bösen zu spielen, zu Butcher, dass Butcher wieder seine gute Seite findet. Er sagt halt, hey, wir müssen Ryan holen und das ist so alles. Die Figur lebt davon, dass es halt Jeffrey Dean Morgan ist. Ja, auch die Dialoge zwischen den beiden sind halt, ja, also, keine Ahnung, vor allem, gut, vielleicht vor allem beim zweiten, anschauen, geben wir ja gar nichts mehr und beim ersten Mal akzeptiere ich es halt. Deswegen, ja, aber irgendwas muss mit ihm auf jeden Fall noch kommen. Irgendwas muss Kessler noch machen. Ja, bisher war es eher enttäuschend. Ja. Gut, dann kommen wir zu Zwiebelringe und feuchter Fisch. Jo. Sage sitzt in ihrem Seven Room und hat auch wieder überall Bücher, ein bisschen Unordnung, man sieht noch Geschenkkörbe, also sie hat sich nicht so richtig eingerichtet und es ist ein sehr starker Kontrast zu dem Firecracker-Raum, den wir eben gesehen haben. Sie sitzt vorm Fernseher, schaut Trash-TV oder Reality-TV und isst Fast Food und The Deep kommt einfach rein, wo ich kurz dachte, gibt es keine Schlüssel? Oh, okay. Egal. Er kommt einfach rein, er beschwert sich, dass sie ihm das Crime-Department weggenommen hat und dass er sich mit seinen Fischen gekümmert hat. Das fand ich irgendwie cool. Wie soll ich mir das vorstellen, dass er mit seinen Fischen das Crime-Department hatte? Vielleicht ist da auch irgendwie so ein Aquarium gewesen in dem, weiß ich nicht. Naja. Sie reden dann so ein bisschen über das Fast-Food-Zeug und Deep findet halt cool, dass sie auch Fast-Food isst, Reality-TV schaut und er isst dann auch was von dieser Zwiebel und es ist sehr lustig, wie er sich so die Handschuhe mit von dem Suit ableckt. Das habe ich mich auch gefragt. Ist der eigentlich immer mit Handschuhen? Irgendwie lustig ist es immer, er hat ja die Kiemen, diese Schwimmhäute, glaube ich, die er nicht zeigen will. Irgendwie sowas. Und dann ist eben dieser Bonding-Moment, wo sie vorschlägt, lass uns Transformers 2 schauen. Geil. Bester Transformers-Film auf jeden Fall. Und Deep sagt dann auch, er ist gut mit Chia Leboeuf und will in Honey Boy 2 mitspielen, aber das Skript ist noch nicht fertig. Und Honey Boy 1 ist so ein Film über einen Kinderstar und seine Beziehung zum gewalttätigen Alkoholiker-Vater. Das basiert lose auf dem Leben von Chia Leboeuf und ich finde es halt lustig, weil das ist ein Film, der erstens, glaube ich, sehr lange in der Produktion war, deswegen der Gag mit dem Drehbuch. Das Drehbuch hat Chia Leboeuf auch selbst geschrieben und es ist halt ultra unpassend für ein Cameo, so dieses Thema in dem Film. Vor allem Honey Boy 2. Davon eine Fortsetzung. Und es ist witzig, dass The Deep gut mit Chia Leboeuf ist, weil die passen irgendwie zusammen, finde ich. Also der ist ja auch so eine Figur, die irgendwie, ich will jetzt nicht einen Promi-Talk abdriften, aber der ja auch immer irgendeinen Scheiß macht und für lauter Ausraster bekannt ist und so ein Zeug und sich gar nicht unter Kontrolle hat. Und dann wird halt so ein bisschen klar, im Endeffekt ist das eine plumpe Manipulation durch Sage, die dann am Ende dieser Szene Dieb dann auch noch dazu bringt, mit ihr rumzumachen oder vielleicht sogar mit ihr zu schlafen. War jetzt wieder genauso plump wie die Manipulations-Szenen, die wir vorher bei The Deep hatten. Also wird hier schon sehr dumm gemacht. Also, ja. Aber, äh, ja. Ein Punkt noch, das ist das letzte Bild und dann können wir drüber sprechen. Die Kamera fährt dann runter. Genau. Und dann sehen wir, und ich konnte nichts damit anfangen. Ich kann was damit anfangen. Sehr gut. Weil dann sehen wir nämlich ein blutiges, ich weiß nicht, was es ist, ein Schlüssel, ein Brecheisen. Das ist ein Orbitoclast. Ich hab das gerade nachgeschaut. Ja. Das ist ein medizinisches Werkzeug und zwar ist das das Werkzeug, was man benutzt für eine Lobotomie. Ach, krass. Okay. Ja. Du meinst das? Und die, das worauf man damit hinaus will, das denke ich, dass man diesen, das wie so ein Meißel und benutzt man halt wie so ein Meißel und einen Hammer und damit fährt man dann halt übers Auge in den Hirnraum und trennt im Endeffekt den Frontallappen vom anderen Teil vom Hirn. Felix gibt Ungleich. Und meine Vermutung ist, dass sie das zum Entspannen macht. Bei sich selbst? Bei sich selbst. Okay, das ist eine wilde Theorie. Weil sie so zum Abschalten, weil sie dann damit, dann ist ihr das alles so egal. Ja, ja, ja. Dann kann sie halt einfach so dumm auf der Couch rumhocken, sich diese Blooming Onion reinfetzen und Transformers 2 schauen. Und deswegen ist sie auch so anders in dieser Sequenz. Ich dachte, sie wäre halt anders, um Dieb zu manipulieren, aber das würde völlig Sinn machen. Warum soll sie da zum Entspannen? Ja, ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wieso diese Dieb und sie machen Rumszene dann kommt. Ist es, weil sie ihn als Puppe benutzen will, wie es ja schon mit ihm immer war, weil er immer Puppe von irgendwelchen Leuten und ihn unter ihrer Kontrolle haben will? Oder ist es wirklich, wie Daniel sagt, einfach so ihr Nebenbei-Ding? Also, für mich hat das ein bisschen anders gewirkt. Also, ich habe auch irgendwo was mit, ich kann den Begriff nicht mehr sprechen. Lobotomie. Irgendwas gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau und hat für mich irgendwie nicht so was. Ich finde nicht, dass sie ihn hier irgendwie gezielt manipuliert. Ich hatte den Vibe, weil sie sich ihm auch Trash-TV anschaut und Fast-Food isst und auch so, es gibt dann einen Satz irgendwie über das Gewicht der Braut oder sowas in diesem Trash-TV, dass sie sich halt hier gerade einfach richtig shitty fühlt und dass sie so Stereotyp Fast-Food essen, sich Trash-TV anschauen und dann dumme Entscheidungen treffen und mit irgendwem rumschlafen, weil sie sich gerade schlecht fühlt ist. Aber das passt doch gar nicht und sie sagt ja auch, es war ein Tough Day und ich habe mich auch gefragt, warum, was war so tough? Ja, nichts war tough. Sie sagt es nur, um Dieb zu manipulieren. Aber warum soll sie manipulieren? Ja, als Mitgefühl. Um Mitgefühl auszulösen, weil Dieb ja jemand ist, der gerade eben in der Szene zu uns gesagt hat, boah, ich habe so viele toughe Tage in letzter Zeit. Also ich glaube wirklich, sie inszeniert in dieser Sequenz einen Lebensstil, der Dieb anspricht. Wieso sie das macht, weiß ich nicht, weil das ist ja oft das Ding von Plänen, dass wir nicht wissen, worauf sie hinauslaufen. Aber sie hat ja auch vorher in deren Folgen schon Dieb manipuliert, als sie gesagt hat, sprich mal mit Ashley und so. Ich glaube, dieses tough ist, sie sagt ja wirklich nur tough als Reaktion darauf, dass irgendwie das Skript so lange dauert. Ja, ja. Und ich glaube, es ist einfach nur so aus Mitgefühl, so hier, jo, schon scheiße. Also sie sagt, auch als er da über seine Probleme sagt sie nur so, es ist mir vollkommen egal, was dein Problem ist. Aber ihr ist gerade wirklich alles egal. Genau, also sie ist ihm so egal, er ist ihr so egal. Also ich glaube das nicht. Ich meine, wir werden es jetzt nicht lösen können, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube nicht, dass sie da einfach nur eine Love Story reinschreiben, die irgendwie als, oder eine Sexgeschichte, die irgendwie als Ausgleich für Sage funktioniert. Das glaube ich nicht. Ich bin gespannt auf jetzt die vierte Folge. Habt ihr auch noch nicht geschaut, oder? Nee, nee. Nee, noch nicht. Genau, ich auch nicht. Und ich bin gespannt, ob sie sich davon heilen kann. Von was? Von dieser Lobotomie. Achso. Ja. Weil. Ja, ich bin mir doch nicht sicher, ob das stimmt mit der Lobotomie. Ja, ich auch nicht. Ich weiß die Theorie, aber. Das ist genau das Werkzeug dafür. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das für irgendwie was. Vielleicht hat es das ja bei jemand anderem gemacht. Ich dachte kurz, sie hätte vielleicht Ambrosius gekillt. Aber. Achso, den Oktopus. Ja, aber das glaube ich, das wird es auch nicht sein. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich finde, für mich hat es so gewirkt, so dieses Genie, aber sie hat auch so eine, wie Sherlock Holmes halt ein Genie ist, aber sich immer Drogen spritzt. Dann fände ich es doof, wenn es das wäre. Das fände ich doof. Ja, ich fand deswegen auch die Szene interessant, weil es was anderes war, aber. Und auch Dieb ist so lächerlich, wie allein wie er reingeht. Allein wie er in dieses Zimmer geht, ist so lächerlich. Egal. Aber man kann wenig draus machen, wenn man nicht weiß, wo es drauf hinausläuft. Genau. Ja, aber meine Vermutung ist, wir sehen sie nächste Folge und da ist sie wieder normal. Und sie hat halt genügend regenerative Fähigkeiten, als dass sie sich davon erholen kann und das macht und dann ist sie am nächsten Morgen. Hätte sie nicht auch dann eine Narbe irgendwie haben müssen oder so? Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das geht größtenteils ohne extra Eingriff, weil du wirklich übers, unter das Augen liegst und dann durch. Ich habe hier auch ein Bild und gern so als Zeichnung. Theorien gerne in die Kommentare dazu. Genau. Wir kommen zur letzten Sequenz der Folge. Ich habe sie Trouble in Paradise genannt. Homelander konfrontiert Ryan damit, dass der bei Butcher war. Die Lügen von Ryan funktionieren nicht. So nach dem Motto, ich habe dir alles gegeben, was ich immer wollte. Das ist ein sehr spannender Satz, weil ich finde, man merkt hier, Homelander behandelt Ryan so, wie er gerne in der eigenen Kindheit behandelt worden wäre, weil er ja ein Versuchsobjekt war. Aber er überträgt das Ganze auch so, als hätte Ryan genau wie er keine Gefühle und keinerlei Menschlichkeit oder wenig Menschlichkeit. Darum geht es ja gleich auch bei dem Spiegel-Dialog noch. Das heißt, er macht einen entscheidenden Fehler dabei, dass er ihm das gibt, was er selbst früher wollte, aber eben nicht das, was wirklich Ryan will. Und er sagt dann auch, why am I not good enough for you? Also das fand ich, wäre ein super starker Dialog oder fast schon Monolog, weil so viel über die Psyche von Homelander da durchkommt. Das fand ich super. Genau, dann seine Ängste, sein fehlendes Selbstwertgefühl spielt dann eine ganze rote Rolle und es führt dann im Endeffekt dazu, dass er ausrastet und eine Büste nach Ryan wirft und zerstört dabei einen Spiegel und Ryan flüchtet. Und dann haben wir eine Szene, die eine Szene aus Staffel 3 spiegelt, nämlich wie Ryan spiegelt, sehr gut, wie Homelander im Spiegel mit sich selbst redet, diesmal sogar mit drei verschiedenen Versionen von sich selbst. In Staffel 3 war das nur eine Version, da war das im Anschluss an die Szene, wo er erfährt, dass Black Noir ihn verraten hat und da sind ja schon diese gespaltenen Persönlichkeitstendenzen aufgemacht worden und die werden jetzt eben noch deutlicher klar, wenn diese verschiedenen Versionen ihm verschiedene Sachen einreden, weil das Spannende war, alle drei Gesichter, die er im Spiegel sieht, haben verschiedene Herangehensweisen, ihm das Gleiche zu vermitteln. Also für mich war das so, die eine Version funktioniert durch dieses Selbsthinterfragen, die andere ist einfach nur wütend und aufgeregt und so und in der dritten ist dieses Emotionslose, frei von jeder Menschlichkeit, was Homelander anstrebt. Und die sprechen auf verschiedene Arten auf ihn ein und fordern ihn ja auch zu verschiedenen Sachen auf, aber im Endeffekt wollen alle drei, dass er seine Menschlichkeit überwindet und das nur machen kann, indem er sich mit seiner eigenen Kindheit auseinandersetzt. Und das Vierte ist dann einfach die wirkliche Reflexion von ihm. Genau, ja. So habe ich das wahrgenommen. Ja, ich fand auch die Szene sehr, sehr spannend, weil, also ich hatte auch die Unterschieden, der Aggressive ist ja ganz klar, der hier auf kreu gebürstet ist, dann hat man eben diesen sehr, der nach Liebe sucht, dieses Einsame. Und dann war da dieser Dritte, der da auch oben, so als Dreifaltigkeit praktisch, da oben sitzt und dann ihm im Grunde sagt, und jetzt machst du das, du musst dich der Vergangenheit stellen. Der ist dann der Schlaggeber. Ich habe mich gefragt, für wen der steht. Ich finde das mit dem Emotionslosen, ja, kann man vielleicht so sagen. Ja, weil ich glaube, das Dritte oben ist das Ideal, was Homelander anstrebt. Dieses völlig frei von Emotionalität und Menschlichkeit zu sein. Weil das ist er ja offensichtlich noch nicht, weil er sucht ja die Nähe zu Ryan. Und er hat ja Angst vorm Altern und so. Und er hat Angst vor dem Menschsein. Und er hat Emotionen, wenn auch nur sehr verschrobene Emotionen. Und dieses Ideal, was da oben steht, da will er hin, das will er alles loswerden. Ich weiß nicht, ich habe in Psychologie damals zu wenig aufgepasst. Aber das wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Widerspiegelung von diesem Instanzenmodell von Freud. Mit diesem Ich, dem S und dem Über-Ich. Ja. Und dann gibt es halt noch mal irgendwie eins, was halt so dieses Kindliche ist. Und das S ist ja das, was diese Triebe und Wünsche und Bedürfnisse widerspiegelt. Und das Über-Ich sind diese Normen und Werte, dass vielleicht der, der oben steht, dieses Ideal, auf das er eigentlich hin will. Und das auch so Moral und Gewissen, was er ja nicht hat. Ja. Und das Ich sind dann so die ganzen Gedanken und Handlungsmöglichkeiten, ja. Die dann ja auf der linken ... Ja. Also, ich verstehe das Buster. Ich finde das Prinzip, aber ich glaube nicht, dass es eins zu eins dasselbe ist. Es passt nicht hundert Prozent, aber es ist so eine Art von Erzählen. Also, genau, diese verschiedenen Charakter-Traits. Und, ja, dann sehen wir einen kurzen Flashback, wo wir diese rote Tür sehen aus dem Traum, wo ich mir jetzt noch sicherer bin, dass diese halbnackte Frau, die ich gesehen habe in der letzten Folge, irgendwie noch eine Rolle spielt, weil die ja auch hinter dieser Tür ist im Traum. Ich habe extra darauf geachtet und ich habe die nicht gesehen. Ja, die ist auch ganz, ganz kurz nur da. Also, wirklich ganz, ganz kurz. Naja. Dann sehen wir noch so ein bisschen Folterinstrumente, so ein Bunsenbrenner, eine alte Frau, die auf die Tür zugeht. Und wir hören im Hintergrund das You need to go home von den verschiedenen Spiegelbildern. Und dann ist die Folge vorbei. Ich habe noch kurz, bevor ihr noch sagen könnt, was ihr davon haltet, ein bisschen recherchiert, was wir über die Kindheit von Homelander wissen. Weil das ist nicht sonderlich viel. Wir wissen, dass er 1982 geboren ist und in einem Labor unter Ärzten wie eben Dr. Vogelbaum, den wir auch schon kennengelernt haben, aufgewachsen ist. Er wird tendenziell als sehr nettes Kind beschrieben, was dann aber zu einer Waffe gemacht wird und dadurch alle Emotionen verliert. Er muss unter anderem gegen verstärkte Soldaten kämpfen, wird in kochendes Wasser gesteckt, wird in seine Hände in den Stacheldaradzaun gehauen oder so. Und er hat auch wohl schon damals ein sehr angespanntes Verhältnis zu Frauen, weil er wohl verschiedene Frauen, die als Aufsichtspersonen bei ihm arbeiten, schon getötet hat. Und wir wissen noch, dass er ganz viele seiner jetzigen Werte durch Indoktrination von Bildern und Videomaterial, so ein bisschen wie bei Clockwork Orange, mitgekriegt hat, dass er vor so einem Bildschirm saß und ihm die Sachen gezeigt worden sind. Das war es aber schon auch. Das heißt, genau wo jetzt seine, das Home, von dem hier gesprochen ist, wo das ist, wissen wir nicht. Und wer diese alte Frau in dem Flashback ist, wissen wir auch nicht. Dementsprechend, ja, kommt da, glaube ich, ein sehr spannender Arc auf uns zu. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, die vierte Folge wird ordentlich. Da geht was ab. Wenn sie es jetzt direkt weiterführen, dass er da hingeht, fände ich spannend. Wo du es erwähnt hast mit dem Alter, das hatte ich vorhin vergessen. Ich hatte ja extra nachgeschaut mit den zwei Altern von der Firecracker und Starlight und Starlight-Schauspielern. Und zwar sind die acht Jahre auseinander. Acht Jahre? Ist Starlight acht Jahre älter, oder? Nee, jünger. Jünger? Also ich finde, die sieht in dieser Staffel so viel älter aus. Ja. Das ist, ich glaube, einerseits wegen der OP, die sie hatte, dass jetzt dieser, das gar nicht mehr so auffällt. Aber wenn man sie sich anschaut von davor, das ist schon, da wäre einem der Altersunterschied zwischen den beiden schon größer aufgefallen. Und das, das hat mich eben so gewundert, weil die Firecracker-Schauspielerin schon irgendwie älter aussieht als die Starlight-Schauspielerin. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, ich schaue mal nach. Wenn die jetzt ja beide gleichzeitig irgendwie in dieser Kinderschönheits, Sache unterwegs waren. Da müssen es weniger als acht Jahre sein. Ja. Aber es ist okay. Okay. Fazit? Ja, kommen wir zu unserem Folgen-Fazit, würde ich sagen. Wie immer, Daniel, wie fandest du die Folge auf einer Skala von eins bis zehn? Ich sehe mich bei einer siebeneinhalb. Ich fand die ähnlich wie die letzte, vielleicht minimal besser, aber es gab viele Sachen, die mich zwischendurch genervt haben. es sind immer irgendwie Kleinigkeiten, aber meistens so Logik-Sachen, wo man sich dann denkt, da hätte man jetzt drei Minuten mehr drüber nachdenken können und dann macht das keinen Sinn. Ja. Ich glaube, ja, sieht man halt allgemein schön, die Musik war gut. Das stimmt, sehr gut. Ja. Also, bei der letzten Folge, da hat unsere Folgenbesprechung das zweite Mal anschauen, die Folge ein bisschen besser gemacht. Gerade hat die Folgenbesprechung das für mich ein bisschen die Folge heruntergezogen. Ja, sehr gut. Also, es gab sehr, ganz tolle Momente. Dieses Wort und Eis hat Spaß gemacht. War auch nicht so cool, wie gedacht. Die Butcher-Ryan-Szene waren schön. Auch die letzte Homelander-Szene fand ich echt cool. Aber insgesamt bin ich weiter zu sagen, dass ich die Folge ziemlich enttäuschend fand eigentlich. Weil, ich finde es halt schade, dass The Boys jetzt wieder in so eine Richtung geht. Wir splitten das ab, wir verstricken uns in irgendwelche Geschichten und vor allem nach dem Ende der letzten Staffel, wo ich mir auch schon gedacht habe, committet mal zu ein bisschen krassen Entscheidungen und verändert mal was. Jetzt hier wieder eine Staffel zu sehen oder halt schon die zweite Folge von dreien, wo es in eine Richtung geht, wir drehen uns ein bisschen im Kreis. Finde ich halt schade. Ich hätte erwartet, dass es mehr konkreter nach vorne geht. Und immer wenn es das tut mit Butcher, auch die Szene mit Singer und Newman oder mit Homelander, dann bin ich hooked. Aber da sind halt auch dann noch zusätzlich einige so kleinere Plotholes und sowas dazu. Deswegen fand ich ein bisschen schade. Ich wäre jetzt wahrscheinlich wieder bei so sechs, zehn. Also, ich muss sagen, die Folge an sich fand ich besser als die letzte Folge, weil die für mich mehr Höhepunkte hatte. Also, World on Ice hat mir viel gegeben, die emotionalen Momente, die du angesprochen hast, Felix hat mir viel gegeben. Ich mochte ja auch die Jeffrey Dean-Morgen-Szene eigentlich ganz gern. Und hier bleibt für mich ein bisschen mehr von hängen. Und ich habe das Gefühl, es geht eben ein bisschen mehr voran. Nicht viel, aber ein bisschen. Deswegen, ja, hatte ich Spaß beim Gucken. Ich teile aber den Kritikpunkt sehr und das ist witzig, weil du hast genau die Rede, wenn du benutzt, die ich auch sagen wollte. Es dreht sich sehr im Kreis. Weil wenn man, gerade wenn man jetzt sich die letzten Staffeln anguckt, wir haben wieder Streit zwischen Boys und Butcher. Wir haben wieder dieses Aufteilen von den Boys die ganze Zeit. Wir haben wieder Homelander, der eine gespaltene Persönlichkeit hat und sich mit irgendwas von früher auseinandersetzen muss, weil das war ja über Stan Edgar auch schon mal da. Wir haben wieder eine Figur, die schon in ihrer Intention sehr an Starlight erinnert, äh, Quatsch, an Stormfront erinnert, nämlich Firecracker, deren Funktion sehr ähnlich ist da drin. Und wir haben wieder diese Backstory-Geschichte von Frenchie und Kimiko, die wir schon mal hatten und so. Und irgendwie ist das alles immer das Gleiche und das stört mich so ein bisschen und es ist stilistisch sehr schön aufgearbeitet, da finden sie immer neue Wege, gerade das Budget und die Musik helfen da sehr. Ja, tolle Musik in der Folge. Ja, und eben Einzelszenen, die vorangehen, gerade der Arc um Ryan, der ja was Neues ist und der ja wirklich zu einem Ziel zu arbeiten scheint, nämlich auf welche Seite stellt Ryan sich, wer kann ihn für sich gewinnen, das macht Spaß. Und das ist das, was ich eigentlich sehen will und auf diesem Niveau will ich es eigentlich auch sehen, wie eben diese Szenen sind. Und deswegen würde ich jetzt wohlwollend diesmal sagen, dass ich bei einer sieben von zehn bin, weil eben die Szenen, die darauf eingezahlt haben, sehr gut funktioniert haben und die anderen zumindest fun waren. Ja. Aber viel davon kenne ich halt schon so und auch viele von denen, ich höre gleich auf, sorry, viele von den Set Pieces, gerade diese Vote on Ice-Geschichte, die sind da drin, um drin zu sein. Das war letzte Woche schon diese Splinter-Sache und das stört mich ein bisschen, weil wenn du so geile Sachen auffährst, dann arbeitet die so schön in die Story ein, dass sie einen richtigen Zweck haben und nicht einfach nur Events sind, die halt stattfinden und nächste Woche wieder vergessen sind. wenn wir über Staffel 5 reden, dann haben wir schon wieder vergessen, wer Splinter war, weil es keine Rolle mehr spielt. Vermutlich. Ja. Weil er tot ist. Ja, und weil er tot ist, ja. Ja, wobei diese Szene in der Sauna ja online sehr, sehr viel drüber geredet wird. Aber ich finde, wir haben jetzt noch die vierte Folge und dann haben wir ja noch so drei Bögen, wenn man das so sieht, als zwischen große Folge in der vierten Folge und dann nochmal zum Finale hin. Also wir haben jetzt dann einmal noch zum großen Finale hin und dann nochmal den kleinen Vorbogen und dann das letzte Finale. also da ist da ist ja nicht mehr einerseits fühlt es sich nicht nach sehr viel an. Also es sind ja dann nur noch jetzt noch fünf Folgen jetzt. Zwölf Folgen insgesamt, wenn man es nee, Nee, wenn man die Staffel fünf jetzt noch dazu zählt. Genau. Fünf plus acht. Ja. Und also nicht mehr so viel, was noch passieren, so viel Platz, aber gleichzeitig schon noch genug, dass man da nochmal auch was aufmachen kann. Ja, und das jetzt auch Fortschritt passieren muss. Das, was halt neu passieren muss und nicht wieder sie teilen sich alle auf und jeder macht seinen gleichen Bogen wieder. Ja. Ja. Ich glaube aber, dass unsere Folgenbesprechungen kritischer klingen, als sie wirklich sind, weil wir ja bei den Bewertungen insgesamt eher positiv sind. Aber wenn man sich halt alles ins Detail anguckt, dann fallen einem mehr auch kleine Schwierigkeiten auf, die man sonst vielleicht gar nicht hätte. Kann man sich gut anschauen. Also ich habe immer noch sehr viel Spaß damit. Ich freue mich immer noch sehr, dass ich jetzt einmal die Woche House of the Dragon und einmal die Woche Boys gucken kann. Und einmal die Woche Ecolight. Ja, Ecolight. Naja. Die neueste Folge hat mich wieder wahnsinnig gemacht. Aber naja, können wir vielleicht im Podcast mal drüber reden. Aber wir hatten gerade schon das Stichwort, Felix hat auch ein Recap-Video zu House of the Dragon von der ersten Staffel bei unserem YouTube rausgebracht. Da gerne mal reinhören, wenn ihr Lust auf House of the Dragon-Content habt und ansonsten eben immer an unseren Podcasts oder Videos gerne dranbleiben. Wir haben immer aktuelle Kritiken auf YouTube und Podcasts zu verschiedenen Themen. Vor kurzem hatten wir mal einen Buchautor da, der sich von Filmen hat inspirieren lassen. Das war ziemlich cool. Oder eben die Mad Max-Folge von Felix, über die wir glaube ich letzte Woche schon mal kurz gesprochen haben. Deswegen, ja, gibt es immer was zu sehen von uns und wir hören uns auch schon in ein paar Tagen wieder mit der vierten Folgenbesprechung, auf die wir uns alle sehr freuen. und mal gucken, was jetzt vor allem mit Deep und Sister Sage passiert. Da bin ich sehr gespannt. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao, ciao. Ciao, ciao. So.